Du, sag mal, Hauke, wie heißt eigentlich unser Hauptsystem, was wir spielen? One-Page-Rules! 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 An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson Horts. Hallo, Hauke. Hallo, Piwi. Hallo, Phil. Hallo, Zuhörer. Und hallo, Phil. Hallo, liebe Zuhörenden. Und herzlich willkommen, ihr da draußen, zum Dyson Hort Podcast. Wir haben gedacht, wir machen mal wieder eine Kantina-Folge für euch, denn es ist wieder so viel Scheiße passiert und es ist großartig. Es ist einfach großartige Scheiße passiert. Es ist einfach Wahnsinn. Ah, Jungs, ey. So muss das. Ohne Scheiß. Habt ihr nicht auch, ganz ehrlich, so viel Bock, Minis gerade zusammenzubauen und Minis zu holen und Sachen auszuprobieren und Listen zu schreiben und etc. pp.? Ich brauch dringend mehr Arme. Ganz genau. Ich könnt auch total durchdrehen. Ich bin im totalen Hobby-Flash. Das liegt aber wahrscheinlich auch nur daran, dass wir, wie ihr vielleicht gerade vor dem Intro gehört habt, wir ein System haben, was wir drei, muss ich jetzt ganz ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich zu unserem Hauptsystem auserkoren haben. Und nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist unser Hauptsystem geworden. One-Page-Rules. Ist einfach Fakt. Hauke, da hast du wirklich ... One-Page-Rules. Phil auch. Also da habt ihr wirklich die richtige Fahne hochgehalten, ganz ehrlich. Ja. Gott sei Dank habt ihr das ausgegraben. Ich hab's ja nicht gefunden. Aber erst du, Piwi, und dann Phil. Ja, oder erst Phil und dann ich. Also scheißegal, wer es gefunden hat, aber wer es findet, darf es behalten. Also von daher ist ... Das Wichtigste ist, dass es zu unserem Go-To-System geworden ist. Und dann ist egal, wer damit angefangen hat. Weil entscheidend ist, dass wir spielen. Spielen. Da werden wir nachher in der heutigen Kantiner-Folge definitiv nochmal zu sprechen drauf kommen. Und zwar haben wir am letzten Freitag ein, sagen wir mal, Redaktionstreffen gehabt und auch gleichzeitig eine Art offenes Tabletop-Treff-Ding-Moped. Ich bin sehr gespannt. Werden wir nachher drüber sprechen. Aber es ist ja nicht ein bisschen mehr passiert. Phil und ich, wir beide, wir sind auf der Taktika gewesen und Hauke hatte leider keine Zeit. Aber trotzdem möchten wir euch eben kurz erzählen von wegen, wie uns die Taktika da draußen gefallen hat. Phil, ich würde dir erstmal die Frage stellen, deine erste Taktika, du bist da gewesen, du hast damals schon mit Dice Dennis drüber gesprochen, falls ihr es noch nicht gefunden habt auf YouTube. Aber wie war denn deine erste Taktika? Ja, also ich muss sagen, meine Erwartungen waren wie immer, wenn es um das Thema Tabletop geht, irgendwie ganz anders, als es dann hinterher geworden ist. Wenn man so denkt, man geht, man fährt auf die, eine der größten Tabletop-Messen Europas, dann denkt man, man kommt da in so ein Messegelände hier. Ich kenne ja die Messe hier von Hannover Messe, weil ich da auch quasi direkt nebenan fast wohne. Und dann weiß man, was für Dimensionen so eine Messe annehmen kann, wie die CeBIT oder so. Und dann kommt man da halt in dieses Gemeindehaus, was auch nicht klein ist, aber ich habe es mir doch ein bisschen anders vorgestellt. Aber wenn man dann drin war, hat man gemerkt, die haben da auf dem Raum, der zur Verfügung stand, so viel quasi zu bieten gehabt, wie man nur zu bieten haben kann, glaube ich. Das war ja so geil, wir haben ja dann uns vor Ort auch noch mit Mirko vom Steam-Tankers Klönschnack getroffen. Und wir hatten hier, Jungs aus Osnaburg hatten wir mit, lieben Grüße gehen raus an Daniel und Christopher. Und allein erstmal die Fahrt nach Hamburg war ja mega geil. Also für meine Seite knapp zwei Stunden, das ist schon recht schnell, obwohl wir nur mit 130 Tempomat gefahren sind. Kein Stau, keine Baustelle, es lief einfach so flutschig durch, sodass wir relativ zügig dann angekommen sind. Und naja, Phil, und dann kam die Schlange, ne? Von der Schlange habe ich zum Glück nichts mitgekriegt. Dafür habe ich die Zeit, die ihr quasi in der Schlange verbracht habt, habe ich damit verbracht, einen Parkplatz zu suchen. Weil der Hinweis auf der Webseite der Taktika, man soll doch mit Park-and-Ride-Anlagen zur Taktika anreisen, ja, der hat durchaus Sinn und Verstand, weil da vor Ort einen Parkplatz zu finden, hat sich als deutlich schwieriger herausgestellt, als ich gedacht hätte. Ich bin dann erst noch einmal um so einen Stadtpark drum herum gefahren, weil die Straße direkt durch gesperrt war. Und dann bin ich dann noch an so einer öffentlichen Parkplatzanlage angekommen, die auch so ganz modern war, ne? Du fährst rein, da wird direkt dein Kennzeichen fotografiert von so einer Maschine irgendwie. Und beim Rausfahren steht dann dein Kennzeichen auf dem Display und, ja, du hast bezahlt oder hier, deine Rechnung kriegst du per E-Mail oder sowas. Also total verrückt. Und dann bin ich ausgestiegen, habe dann auf Google Maps geguckt, um zu schauen, wie weit muss ich denn jetzt latschen. So, und dann habe ich gesehen, irgendwie 16 Minuten Fußweg und dann dachte ich so, boah, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Da bist du ja jetzt ewig noch unterwegs. Ich habe vor allen Dingen an den Rückweg gedacht. Der Hinweg wäre jetzt nicht so das Problem gewesen, aber man muss auch immer den Rückweg bereits einkalkulieren. Sonst, da gibt es nachher das böse Erwachen. Und dann hat es ja auch noch geschüttet, wie in Strömen. Und dann bin ich halt nochmal quasi um diesen Park drum wieder zurückgefahren und habe dann hinter einer Schule, die da in der Nähe ist, dann doch noch einen Parkplatz gefunden, wo ich dann nur vier Minuten Fußweg hatte. Und bin dann zwar erst gegen zwölf, glaube ich, sogar erst da gewesen, aber das war halt so wild. Und als ich dann da war, war es einfach das Hobbyparadies, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, das war wirklich geil, ne? Also, Hauke, für dich eben so, wir sind da angekommen und da war wirklich so eine 50 Meter Schlange, ne? Und ich habe gedacht von wegen so, alter, alter, ey, du kommst hier nicht mehr lebend raus, so nach dem Motto, es regnete, ne? Und es ging dann aber ratzifatzi ging das mit dem Einlass. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so schnell in dieses Bürgerhaus in Wilhelmsburg dann so reinging. Was ein bisschen verwirrend war von der Orga, da kamen plötzlich Leute von der Taktika-Crew, kamen da raus und priesen dann wie so ein Marktschreier, der so Ahle verkaufen will, priesen die dann irgendwie so zwei Tagestickets an. Und dann hat sich plötzlich diese Schlange aufgeteilt, weil irgendwie so gerade keine wusste von wegen so, hey, kann man da jetzt auch Tagestickets kaufen oder was weiß ich nicht was, ne? Das war ein bisschen sehr, sehr seltsam, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, vielleicht sollte man das bei der nächsten Taktika wirklich so regeln, dass man dort auch Tickets kriegen kann, so nach dem Motto, die dann von außen da verkauft werden, dass man so eine Art Zwei-Schlangen-System macht, ne? Eine, die sich noch vorne anstellen, die vielleicht Minis kaufen wollen und die andere Schlange, die dann vielleicht schon draußen ein Ticket gekauft hat, die gleich dann quasi durchgehen kann. So, Fastpass-technisch oder irgendwie solche Geschichten. Das war schon geil, naja gut, und drinnen, ja, drinnen ging's ab, ne? Also, ja, Geld bezahlt, du hast glaube ich noch für Haukas ja die Zitronenjette gekauft. Genau, hab ich ihm noch eine Zitronenjette eingesackt und dann sind wir auch direkt erstmal zu den Freibeutern hoch, beziehungsweise Pivi hat mich dann ja abgeholt. Ich stand ja erst in der Aula und hab mich so verzweifelt umgeblickt und überall lauter Menschen und dann hatte ich ihn auch schon gesehen und hatte da ganz aufgeatmet und dann erstmal direkt zu den Freibeutern hoch und diese wahnsinnige Platte live anschauen. Und dann hatten da auch schon der Chris und der Daniel angefangen, eine Runde, ja, ihr erstes OPA-Testspiel zu machen. Gut, das war jetzt die Skirmish-Variante, aber das unterscheidet sich jetzt ja nicht so krass von den Regeln. Also, wenn man die Skirmish-Variante drauf hat, dann hat man eigentlich die Regeln der normalen, ja. Was ist eigentlich der Gegenpart zu Skirmish? Als Wort. Der Gegenpart? Äh, Massenschlacht? Wir sprechen, okay, ja. Mass Battle System? Weiß ich auch nicht. Ja, da hab ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt fiel mir das grad so auf. MBS, wir können ja einen neuen Namen quasi jetzt gerade dafür feststellen. MBS, ich find das ganz geil. Metal Bass System. Phil, meinst du denn jetzt als Gegenpart den Begriff oder als Gegenpart das Konzept? Äh, den Begriff für das Gegenpart-Konzept sozusagen. Boah, also ich mein, Skirmish ist ja gemeint ein Scharmützel eigentlich, ne? Und ich denke, dass das Gegenteil wäre eine Schlacht. Viel größer mit viel mehr Peoples drin. Oder altdeutsch ein Treffen. Ein Treffen. Komm, wir treffen uns auf dem Pennypack jetzt. Nee, ganz im Ernst. Äh, so im Dreißigjährigen Krieg, wenn da so ein bewaffneter Haufen auf den anderen bewaffneten Haufen gestoßen ist und wenn die zusammengestoßen sind und dort gekämpft haben, dann war das ein Treffen. Und, äh, findet man heute noch in der Redewendung, du kannst es ins Treffen führen. Ähm, naja. Aha. Ich halt mal erstmal bei dir den Mund. Alles gut, alles gut. Bevor wir jetzt zu weit abdriften, ähm, Piwi, wonach sind wir denn als nächstes hingestapft, nachdem wir, äh, bei den, bei den, äh, Tabletop-Freibeutern ein alkoholfreies Alza, äh, abgesahnt hatten? Erstmal muss man sagen, dass man ja gerade von Ben und von Mo und von den ganzen anderen Leuten dort sehr, sehr herzlich empfangen wurde. Also, das war ja, äh, wirklich wie Familie und nach Hause kommen. Also, das, also, auch wenn man sich nur irgendwie mal im Podcast unterhalten hat oder, ich sag mal, ihr habt ja dann auch schon vielleicht ein bisschen mehr Kontakt gehabt oder sowas, aber das ist sofort so in so eine, ja, in so eine weiche Bettenlandschaft quasi reingefallen, ne? So, total weich, cozy, alles ist cool, das war super gut, also ganz ehrlich, das war, äh, vielen Dank nochmal für die wundervolle Aufnahme da bei euch. Und dann sind wir losgetigert, da muss ich dir ja erstmal alles zeigen, wo denn überhaupt erstmal alles ist, weil Daniel und Chris, wir sind ja schon losgelaufen und haben ja schon hier geguckt und da geguckt und da gemacht und hast du nicht gesehen. Und dann sind wir, glaube ich, äh, erstmal runter. Bei, äh, Dice Dennis sind wir gewesen, wir sind bei den Jungs vom Imperator Nichts Neues gewesen, die bei den Jungs vom Magabutato Stand mit dabei standen. Ähm, wir haben Schnack gehalten mit den, mit Gregor, der bei Dice Dennis mitstand, ähm, ja, und dann sind wir in die große Halle reingegangen, wo die Verkaufsflächen quasi dann ja halt, äh, präsentiert wurden. Ja, und ich glaube, da ist Phil so ein bisschen alles aus dem Gesicht gefallen, was da alles so quasi abging. Ja, auf mehreren Ebenen, auf mehreren Ebenen tatsächlich. Also, erstmal ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte, ich bin gerade in eine, äh, Umkleidekabine direkt nach dem Handballturnier reingekommen. Was geil sein kann, was geil sein kann. Ja, wenn man gewonnen hat. Ja, waren da halt diese ganzen Händlerstände und halt auch, ähm, so, ähm, diese ganzen Sachen, die man sonst immer nur aus dem, ähm, Webshop kennt, auch mal, äh, quasi zum Anfassen da dort vor Ort stehen zu haben. Ja, das ist, also die Verlockung wird dadurch nicht geringer. Deswegen ist mein Hobby-Hall auch quasi, äh, deutlich größer ausgefallen und es ist eigentlich geplant. Aber, äh, ich glaube, das, äh, ist, ist so, das erste Mal Taktika, da, das, das kann gar nicht anders laufen, glaube ich. Aber total geil, ne, wir sind ja links reingelaufen, also sprich, äh, zwischen die Tür bei, äh, Dice Dennis und Maga Botato. Und dann bist du an dem ersten Tisch links quasi, war, äh, Fischkrieg aus Siegen. Ganz, 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 ganz viel Star Wars und Star Wars Legion und X-Wing und, äh, was weiß ich noch, was alles für Hackepeter. Und auf der, äh, danach folgenden Verkaufsfläche standen die Jungs von Deep Cut Studio. Da hatte sich nämlich der Daniel auch direkt gleich ne Star Wars Legion-Matte mitgenommen und, äh, trug die quasi wie so ne schöne Trophäe. Wie Chewbaccas, äh, Belt quasi um, um die Schulter gelegt. Das war total geil, lief er damit dann durch die Gegend und wusste nicht wohin, bis wir dann später bei Mago Botato abgegeben haben. Die hat er selber wozu zwischengelagert dann für uns, damit Daniel eben nicht die ganze Zeit damit durchlief und so, ne. Dann kam, lass mich kurz überlegen, der Stand von Neverrealm, von Christian Schlumberger und, ähm, Laszlo. Die ja ihr neues Tabletop-Spiel Deathmatch da auch präsentiert haben und ihr konntet auch noch Sachen kaufen für deren, ähm, Summoners. Das war auch ganz schick. Dass du das alles so im Detail mitgekriegt hast. Also, für mich war das wirklich so over-overwhelming alles. Also, ich kann mich leider echt gar nicht so an die ganzen Einzeldetails der ganzen Stände und so erinnern. Bei mir haben sich wirklich nur so zwei, drei Sachen eingeprägt, was ich schon fast ein bisschen schade finde und was auch der ganzen Sache gar nicht gerecht wird. Aber, ähm, also was sich bei mir wirklich am stärksten eingeprägt hat, waren halt wirklich, äh, die Freibeuter. Dann, äh, da ist Dennis der Stand. Gut, da hab ich dann auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Merch mitgehen lassen. Also, ich hab da natürlich dafür bezweifelt. Nicht, dass sich das jetzt falsch anhört. Call the police. Und dann, nachdem wir shoppen waren, war, hatten wir ja noch, ähm, Bob, den Mechmeister getroffen. Grüße gehen raus. Ähm, mit dem du dann quasi ja rausgegangen bist, um dich, äh, äh, mit den Leuten zu unterhalten. Und ich war aber gerade beim Imperator nichts Neues Stand gewesen und wurde quasi schon fast genötigt, eine Runde Space Quest 28 da zu spielen. Ne, Badab Quest 28, so heißt es ja. Ähm, was ich im Nachhinein auf gar keinen Fall bereue, weil es einfach echt Bock gemacht hat. Haben die sich echt was Lustiges überlegt, äh, wie man halt wirklich Space Quest, äh, in dem, ähm, ja, in der, im, mit der Lore von Badab, äh, und ein bisschen moduliert. Und dann, ähm, modernisierten Spielregeln nochmal wiederbeleben kann. Und die haben ja auch eine geile Platte da gebaut und so und alles. Und eigentlich wollte ich nur einen Button haben, um den an meine Cap zu, äh, zu heften. Und, äh, plötzlich stand ich da gefühlt, also ich war locker eine Stunde oder so bei denen. Ja, warst du. Und dann, äh, dann hast du mich ja schon wieder eingesammelt. Und dann sind wir nochmal zum Eingang zurück. Ähm, und dann war kurz danach, ähm, war das Ganze auch schon wieder vorbei. Also es war gefühlt für mich persönlich viel zu kurz. Und, äh, ich hab mir jetzt schon, schon direkt danach fest vorgenommen, dass ich nächstes Jahr mindestens, also, öfter geht ja nicht, aber auf jeden Fall zweimal hin möchte. Samstag und Sonntag. Einfach um die Stände alle nochmal wirklich auch mal in Ruhe sich anschauen zu können. Und nicht durchzurennen in der Hoffnung irgendwie von allem so ein bisschen was mitnehmen zu können. Ähm, ja, das war, war gefühlt irgendwie alles zu wild. Und dann hat man da noch Leute getroffen und kennengelernt. Und, ja, weswegen wir dann am Schluss nochmal zum Eingang zurück sind, äh, weiß ich nicht, ob Piwi da schon was erzählen möchte, was da so passiert ist. Äh, nee, da komm ich gleich drauf. Aber, ähm, vorher möchte ich noch, wir sind ja auch von vielen Hörerinnen und Hörern angesprochen worden, ähm, die, mit denen wir kurz ins Gespräch gekommen sind über den Podcast. Und das war total geil. Und ihr da draußen, die uns angesprochen habt, ihr habt natürlich auch was von uns mitgekriegt, diese kleinen Türanhänger. Äh, ich hoffe, ihr habt Freude dran. Also, von daher, das war, das war sehr nett mit euch, dort ins Gespräch zu kommen. Also, wenn wir nächstes Jahr in der Taufer Taktiker sind, ja, Leute, quatscht uns doch einfach an. Weil, ähm, ich bin immer mit euch sehr, sehr gerne und Phil und Hauke auch mit euch im Gespräch, sodass wir, äh, hören von wegen, was euch da draußen quasi bewegt über diesen Podcast. Das ist immer für uns immer Gold wert, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Diese Halle, Phil, wo wir ja drin gewesen sind mit den Verkäufern und so, ähm, da hättest du ja quasi, ich sag jetzt mal, deine Kreditkarte glühen können, weil man konnte zwischendurch ja auch mal mit Karte zahlen und, äh, mit PayPal direkt vor Ort und was weiß ich nicht, was alles, das ist total abgefahren gewesen. Und in der anderen großen Halle, naja, da standen Demotische, also wirklich Demotische von bis. Ich hatte, bevor du gekommen bist, hatte ich Daniel und, ähm, den Christopher hatte ich dann mal bei Bolt Action abgeladen. Ja, die haben dann ihr erstes Bolt Action Spiel mal kurz gemacht und haben dann irgendwelche, äh, Einheiten da mit Mörsern und was weiß ich nicht was alles von der Platte gehoben. Das war sehr, sehr nett, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und, ähm, Freebooters, Leute, ich bin bei Freebooters vorbeigelaufen und ich hab gedacht, von wegen so, nein, ich setze mir ein Ziel, ich kaufe dieses Jahr keine neuen Minis. Hab ich auf den Taktika auch durchgereiht. Ähm, anderes Thema. Immerhin, immerhin. Wollte ich gerade sagen, immerhin, ne? Äh, doch dazu später, ja. Ja, da muss ich auch wirklich sagen, dass ich ein bisschen, ähm, ja, da kann ja außer mir niemand was für, aber ich fand es ein bisschen schade, dass ich so ein bisschen wenig Zeit in der, in der Halle verbracht habe, wo die ganzen Platten aufgebaut waren, weil das sah schon alles super spannend aus. Aber, ja, das, man muss irgendwie gucken, alles unter einen Hut zu bringen und, ähm, dafür war ich, glaube ich, auch einfach zu kurz da, um, um sich in Ruhe alles anschauen zu können. Das muss auf jeden Fall nächstes Jahr besser klappen. Ja, also zwei Tage, denke ich mal, könnten wir ruhig einplanen. Also, gerade mit denen dann abends noch irgendwie ein Bierchen trinken und so und dann nochmal ein bisschen mehr so aneinander bonden, das fände ich schon ganz cool. Ne, das, das, das wäre schon ganz geil. Naja, so, und dann begab es sich leider zu der Zeit, äh, dass Papa Piwi den kleinen Phil eingeladen hat und dann mussten wir dann auch gehen, ne? Der kleine Phil wollte aus dem Smorland abgeholt werden und dann waren wir noch offen und haben gesagt, von wegen so, scheiße, wir müssen ja, noch zu Michael Martin von TWS, der direkt am Eingang links stand, wenn ihr reingekommen seid. Und dann sind wir nur eben rein und haben jedes Mal, wenn, wenn Michael quasi immer, ähm, Besuch hatte, dann stand er da und war voll vertieft in seine Gespräche und so und gesagt, von wegen, okay, lassen wir mit Martin, äh, Michael mal reden und dann kriegen wir das nachher auch irgendwie hin. Wir kommen nachher nochmal vorbei. So, und irgendwann war das, dass wir gehen wollten und dann standen wir bei ihm und sagten, ah, sorry, alles ist überhaupt nicht geschafft und so, ne? Und Michael hatte dann ja ein, ähm, ein Gewinnspiel. Würfelst du eine 20, ähm, auf dem, auf dem W20, dann, dann darfst du dir ein Geländestück aussuchen. Und, ähm, naja, was hat Piwi gemacht? Piwi hat zwei Euro investiert, den ersten Wurf in den Sand gesetzt und den zweiten mit Natural 20 abgesahnt. So, daraufhin, ja, und daraufhin durfte ich mir ein Geländestück aussuchen. So, und jetzt habe ich mir ein Geländestück ausgesucht. Das ist so, ich hätte jetzt fast gesagt, irgendwie so 40 mal 40 oder irgendwie sowas ist das. Und das hat Michael selber gemacht. Und dann habe ich gesagt, von wegen, so, Michael, weißt du was, das verlosen wir. Und dann hat Michael noch unten drunter, hinten eine Widmung draufgeschrieben und so weiter. Und das werden wir irgendwann mal in einer Folge, werden wir das verlosen, wenn das dann wirklich thematisch auch dementsprechend dazu passt. Das Ding ist gut eingehüllt hier. Ich habe es, äh, mit, mit Folie umwickelt, sodass da nichts irgendwie mit passieren kann. Und ihr müsst einfach nur dranbleiben. Irgendwann in diesem Jahr werden wir das Ding auf jeden Fall verlosen. Das ausgedruckte Beweisfoto gibt es auf jeden Fall mit dazu. Das ausgedruckte Beweisfoto gibt es da mit zu. Für die Provenienz. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon bei Insta damals mal gepostet? Nee. Nee, haben wir nicht, ne? Aus guten Gründen wahrscheinlich. Wir wollten ja nicht spoilern. Ja, genau, also lassen wir das mal so. Also von daher, ja. Fazit. Taktika, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder mal eine wunderbare Sache. A, erstmal rauszukommen. B, andere Menschen zu treffen, die dem gleichen Hobby frönen. Und C, einfach zu sagen, ich konnte vor Ort mit einigen Leuten quatschen, wie zum Beispiel PKProFelix, wo wir eingekauft haben. Ähm, ähm, wir haben, glaub ich, gutes Geld dort auf der Taktika gelassen. Und hatten einfach einen Megatag mit allen Leuten, die uns getroffen haben, mit denen wir gequatscht haben, die wir mitgenommen haben, äh, mit denen wir gesagt haben, wir telefonieren, wenn die Taktika vorbei ist. Und es war einfach nur grandios. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, wenn ihr jetzt doch nochmal, äh, auch ein paar Bilder von der Taktika sehen wollt, dann schaut doch gerne mal bei Dice Dennis vorbei. Der hat da auch einen, äh, kleinen Recap drüber, äh, äh, quasi auf seinem YouTube-Kanal. Und, ähm, da seht ihr, könnt ihr euch auch gerne nochmal den Livestream, äh, anschauen, auf dem ich quasi mit ihm über die Taktika auch schon so ein bisschen gequatscht habe. Äh, da gibt's weniger Bilder von der Taktika, aber, äh, da spoilern wir auch schon so ein bisschen unser Taktika-Loot und, äh, manchmal möchte man ja doch auch Bilder zu den tollen Erzählungen haben, die man so, äh, hier bei uns im Podcast hört. Und, äh, da können wir immer zu den netten Leuten einfach nur verweisen, mit denen wir hier im Hobby so ein bisschen vernetzt sind, weil das ist auch echt, äh, einfach fantastisch und macht echt Spaß. Und schaut da mal vorbei und dann könnt ihr euch auch nochmal ein paar Bilder angucken. Genau, Link und alle weiteren Informationen, die ihr heute im Podcast hört, unten in den Shownotes. Aber Hauke, weißt du, wo wir noch gewesen sind, an welchem Stand? Äh, ich hab keine Ahnung. Da hast du uns, äh, gesagt von wegen so, ey, wie habt ihr das denn aufgetrieben und wo habt ihr das denn aufgetan? Das war der Stand von Torotec mit ihren Bases. Ja, Bombe. Bevor ich jetzt zu Torotec komme, ähm, wollen wir mal ganz kurz nochmal meine Taktika erzählen. Ich war ja nun nicht da. Ähm, aber ich hab trotzdem Taktika-Erlebnis gehabt und das ist mir sehr lieb. Und zwar mein liebster Zylinder-tragender Hobby ist nämlich Zerbo von Maga Botaro hat uns eine Sprachmitteilung geschickt, bei der er darüber berichtete, wie toll ihm die Taktika gefallen hat. Und da hat er sich bei mir entschuldigt dafür, dass er mich nicht begrüßt hat, weil er so abgelenkt war. Und das fand ich ganz angemessen. Geil. Das fand ich ganz angemessen. Sei gut. Shoutout an dich. Aber zu Torotec. Ähm, ich hab mal versucht für meine, für ein Modellprojekt, auf das ich nachher zu sprechen komme, halt Holzbases zu kaufen. Und dann hab ich mal Großbritannien geguckt, was es da so gibt. Und dann steht er halt immer bei den Lieferbedingungen. Ja, aber der Käufer ist dafür verantwortlich, dass das mit seinem Zoll alles übereinstimmt und Versandkosten und bla bla bla. Das ist fast schon feindschaftlich, wie das da so geschrieben wird. Und dann dachte ich halt, ähm, pass mal auf ihr Inselaffen, ihr habt das Prinzip nicht ganz begriffen. Ihr, ihr seid aus der EU ausgetreten, nicht ich. Und wenn ihr aus der EU austretet, dann ist das euer Problem halt. Dann müsst ihr das regeln. Ich geb euch Geld und ihr schickt mir das zu und gut ist. Aber das, das haben die nicht gebacken bekommen. Dann hab ich gedacht, ja meine Güte, dann bestell ich da eben nicht. Dann hab ich aber gedacht, okay, wo krieg ich jetzt meine Basis her? Und dann fiel mir ein, dass Phil ja gesagt hat, halt Torotec gibt es. Dann hatte er bei der Teilnahmeliste von, ähm, der Taktiker schon im Vorfeld gesehen. Dann hab ich aber bei Torotec geguckt und alter, was für ein geiler Laden, ne? Kannst dir einfach aus MDF, äh, zweier oder dreier Millimeter Stärke halt Basis zurechtlasern lassen. Äh, wirklich in jeder Größe, die du brauchst. Und am Ende des Tages hab ich, glaub ich, 90 Basis, aber so wirklich Boutique-Basis, auf meine speziellen Bedürfnisse halt zurechtgeschnitten, 90 Basis bestellt. Und ich glaub, ich hab etwas über 20 Euro bezahlt. Also supergeil. Und hab das dann, äh, zwei, drei Tage später bekommen. Und, ähm, halt kleine deutsche Firma, du wirst nicht angemacht, wenn du da was bestellst, sondern wirst halt nett bedient halt. Das fand ich halt großartig halt. Und, äh, umso mehr hat es mich gefolgt, dass ihr bei denen halt auch bei der, bei der Taktiker wart. Auf jeden Fall. Also ich bin ja fest mit der, mit der Vorstellung dahin gegangen, ähm, mich da auch einzudecken mit Basis auf der Taktiker bei, bei deren Stand. Nur dann hat es sich so ergeben, ähm, dass die erst damit gerechnet hatten, irgendwie mehrere Meter an Stand zu bekommen. Und haben dann irgendwie nur 1,5 oder 2 Meter Breite bekommen. Deswegen konnten sie da doch nicht so viel mitbringen und hinstellen und wie, und so weiter und so fort, wie, wie es eigentlich der Plan war. Und, ähm, weil ich ja hier auch noch so eine Rank-and-File-Armee, äh, liegen habe, in meinen Kisten verpackt, die ich ja auf Rundbases draufgeklebt habe, die jetzt natürlich noch, ähm, Regimentsbases benötigen, äh, damit man die dann auch entsprechend, äh, ja, äh, Regimentsmäßig vernünftig bewegen kann und für Rank-and-File benutzen kann. Mhm. Und, ähm, die ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und die haben ja auch die, ähm, Tomarillion-Sachen übernommen. Jetzt quasi von Citerdes. Die gibt es jetzt auch alle bei denen und die haben auch die Formen bekommen quasi für die, für die, für die Sachen, die halt irgendwie gegossen waren und so weiter. Und die können jetzt auch die Sachen nachproduzieren und, ähm, sind jetzt auch dabei, ähm, so mehrstöckige MDF-Gebäude zu entwerfen, ähm, so für, für, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich eher so für den Pen-and-Paper-Bereich gewesen. Weil das eher wie so eine, wie so eine Art Taverne wirkte. Ähm, aber es kann man ja da benutzen, wofür man, wofür auch immer man möchte. Also von daher, nee, ist auf jeden Fall, äh, ein Blick wert, da mal, da mal einfach mal bei Google Toru minus Tech eingeben, dann findet ihr das schon. Genau. Ja, also ganz, ganz kleine Firma, die man echt im Auge behalten muss. Ja, das Witzige war, wir haben ja mit ihm dann auch noch gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wie die beiden jetzt noch hießen. Seitensabine. Danke. Und die sagten ja auch dann so von wegen, ey, wenn ihr irgendwas braucht, ne, Bases geschnitten, keine Ahnung, Acrylmarker, was weiß ich noch, meldet euch einfach, wir machen euch da Custom-Klamotten auch fertig. Und da hab ich gesagt, von wegen, wie cool ist das denn alles, ne? Also von daher, wirklich reingucken. Fand ich einfach sehr, sehr angenehm. Und zwar passend zu Torotec, wozu brauchte ich eigentlich die Torotec, äh, Bases? Und zwar folgendes, äh, ich hab jetzt in den letzten Jahren so viel Fantasy und Science-Fiction, Orcs und weiß der Geier was gemacht, dass ich mal echt ne Abwechslung brauchte. Und, ähm, ich geh schon seit Jahren mit dem Gedanken, schwanger halt mal ein, ähm, ja, Naval-Game, also wie sagt man auf Deutsch, halt ein, ein Kriegsspiel mit Schiffen halt zu spielen. Und hab mir vor, vor langer Zeit schon mal bei GHQ, äh, also GHQ, äh, Schiffe im Maßstab 1 zu 2400 bestellt. Die sind nicht ganz günstig, aber, äh, das sind wirklich absolut exzellente Metallminiaturen in einem sehr kleinen Maßstab. Und, äh, wie das halt so ist, ne, du, du gibst super viel Geld aus, bist total aufgeregt, total gehypt, kaufst den Kram und packst es dann sofort in die Schublade. Man kennt das. Und, ähm, ich bin jetzt, äh, bei YouTube, über meinen, beim Kings and Generals, ähm, Kanal über die neue Serie Pacific gestolpert. Und da bringen sie, ähnlich wie damals mit dem, ähm, The Great War, ähm, eine wöchentliche Berichterstattung über die Geschehnisse im Pazifikkrieg, äh, im Pazifikkrieg, äh, halt, heraus. Und, äh, ich dachte, komm, jetzt, jetzt musst du mal diese Schiffe irgendwie klar machen. Ähm, äh, das dazugehörige Regelwerk, äh, ich glaube, das heißt dann irgendwie Micromauts, äh, habe ich mich nicht wirklich mit beschäftigt, weil mir das, glaube ich, von vornherein nicht genug war. Und dann habe ich folgendes gemacht. Ich habe die Victory-at-Seas-Regeln, ähm, da muss man dann das Grundregelwerk kaufen für 45 Euro, kriegt aber auch ein gebundenes Buch. Super geil. Dieses, dieses, dieses Regelwerk, das ist für Schiffe im Maßstab 1 zu 1.800, mit diesen Modellen im Maßstab 1 zu 2.400 kombiniert. Und die Schiffe mussten auf Basis, und da, so kam dann halt Torotag halt mit, mit an den Start. Und, ähm, bemalen werde ich die mit dem AK-US-Navy-Set, das ich, und jetzt wird es irgendwie absurd, ich glaube, vor acht Jahren auf der ersten Spielzug in Hannover gekauft habe. Und so, 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 so fällt jetzt sozusagen die, die, die ganzen Steine so tetrismäßig zusammen und, äh, und ergeben ein Projekt, mit dem ich halt mich dann hier bei den Nix auseinandersetzen werde. Ja, megageil. Einfach mal historisches Wargaming machen. Du hast uns ja eigene Bilder schon von gezeigt, ne, so wie fitzelig dann auch diese kleinen Geschütztürme sind, die du da drauf machst und so, ne. Klebst du das alles fest oder lässt du die irgendwie auch frei, damit du die dann auch wegnehmen kannst? Also, ähm, selbst, selbst für mich, und ich würde echt sagen, dass ich ein erfahrener Modellbauer bin, und mir macht Modellbau auch wirklich Spaß. Ich muss sagen, bin da echt an meine Grenzen gestoßen. Das sind, ähm, ein Schlachtschiff, also, die Basegröße für ein Schlachtschiff sind drei Zentimeter mal zwölf Zentimeter. Da steht das Schlachtschiff drauf und ein, ähm, ein Flak-Stand mit einem Vierergeschütz 40 Millimeter ist ungefähr einmal ein Millimeter groß. Und den musst du dann da halt darauf kleben, ne. Und so ein Schiff besteht dann gefühlt aus bis zu 20 Teilen. Und das war nicht ganz einfach. Also, du kommst gar nicht daran vorbei, das komplett festzukleben. Da ist nichts mit Magnetisieren oder so, halt. Das fällt komplett aus. Wenn da auch Teile runterfallt, findest du sie nie wieder. Ach du Scheiße. Die verschwinden schon im Flug. Ja. Erfahrungsgemäß musst du das wie bei Legosteinen machen. Wenn du dann die Legosteine nicht mehr gefunden hast, die du verloren hast, musst du in der Nacht in das Zimmer reinlaufen, barfuß, und irgendwann trittst du drauf. Finden durch Schmerz. Genau. Nutz all deine Sinne. Ja, genau. Das heißt also, du könntest uns bald mal wirklich so ein schönes Demospiel dafür geben. Das, in der Tat, das könnte ich. Also, wie auch heute, nee, nicht heute, gestern. Gestern ist auch noch das Buch gekommen, das Regelwerk. Und ich hab mal so durchgeblättert, die, also im Unterschied zu dem Regelwerk, glaube ich, dass das in der Starterbox Victory at Sea dabei ist. Also, ich weiß es nicht genau. Es sind in diesem dicken, gebundenen Rulebook halt alle Schiffsklassen aller Flotten drin. Also, quasi alle Armee-Listen mit drin. Und bin das eben mal so quer durchgegangen, hab halt gesehen, dass eigentlich alle Schiffe, die ich kenne und die ich wichtig finde, halt auch drin sind. Und dieses Spiel Victory at Sea ist einfach komplett dafür geeignet, nicht mal von diesen, ich sag mal, typischen Aufstellungsspiel-Sachen halt wegzukommen. Sondern eher was Szenario-Basiertes zu spielen. Und dafür ist es ideal. Also, da würde ich euch gerne mal einführen. Und ich muss allerdings noch eine zweite Flotte kaufen. Also, zurzeit habe ich halt nur die US-Marine und baue natürlich irgendwas anderes, was sinnvoll ist. Und das wird dann halt die kaiserlich-japanische Flotte werden. Ja, klassisch halt, ne? Ja, vor allem, ehrlich, ich finde das auch mal ganz, was heißt erholsam. Also, ich habe mich lange Zeit schwanger schon damit getragen, mal irgendwelche Zweite-Welt-Krieg-Spiele zu spielen. Aber ehrlich, alles, was Europa betrifft und Deutschland, das, irgendwie komme ich dann nicht weiter. Also, ich habe zwar ein paar Modelle, aber ich kriege da nicht wirklich einen Flash, mich damit zu beschäftigen. Und der Kriegsschauplatz im Pazifik ist einfach ein bisschen weiter weg von der persönlichen Familiengeschichte und daher eher nahbar. Hatte ich im letzten Jahr auch lange mit Phil drüber unterhalten. Aber ich glaube, irgendwie, Deutsche im Wargame ist, glaube ich, nicht so ganz meins. Also, zumindest nicht im Zweiten Weltkrieg. Nee, ist auch vollkommen okay. Ich sage mal, du hast ja auch noch dann andere Möglichkeiten, nicht nur vom Setting her, sondern ja auch von deinen Modellbaufähigkeiten. Vielleicht auch noch mal Inseln zu machen mit Palmen drauf, etwas ähnlich was. Vielleicht kriegt man da noch irgendwie was hin. Ich habe übrigens vergessen, dir Freitag die Inseln mitzubringen und den Hafen. In der Tat. Jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo Hauke es sagt, ne? Da hattest du ja Fotos von geschickt, ne? Genau. Aber das stelle ich mir auch als wirklich Herausforderung vor. Maßstab 1 zu 2400, eine Insel mit Palmen und so. Also, das könnte schon, könnte schon, also, ob es da irgendwie Bausätze für gibt, ich weiß es nicht. Naja, oder mit Weltkrieg. Weißt du was? Da kannst du nur Styroponium und Flocken und Sand drauf. Also, wenn du, da kannst du ja nicht erzhaft eine Palme drauf modellieren. Ja, nee, Palme. Mit Green Stuff und einer Lupe und Zahnarztbesteck. Aber mit Flock und so ein Kram alle, da könnte man durchaus noch mal irgendwie was machen. Und interessanterweise, das ist ja so, selbst wenn man von seinem Hauptsystem abschweift, dann ist es ja auch als Hobbyschmetallin logisch, dass man dann vom Abschweifen nochmal abschweift halt. Und das hat mich dann dazu geführt, wenn ich das schon spiele mit den Schiffen im Pazifik, dann könnte ich ja eigentlich auch Bolt Action spielen. Auch im Pazifik. Und da habe ich mir dann gedacht, da nehme ich aber keine Bolt Action Figur, sondern guck mal in den Karton, der irgendwie gefühlt 45 Jahre alt ist, mit meinen alten kleinen Spielzeugsoldaten. Und habe da so in 1 zu 76 von Matchbox, habe da welche rausgekramt. Und die muss man nur auf 20 Millimeter Rundbasis kleben, ein paar Palmen bauen und dann hat man so eine Art Mini-Bolt Action halt. Und das scheint ganz preisgünstig zu sein, wenn man das Zeug von früher benutzt. Ach, oder das aus dem Supermarkt, aus der Spielzeugecke. Interessanterweise, Phil, gibt es die gar nicht mehr. Das ist super schwierig, Kriegsspielzeug zu finden. Leider. Gerade so Soldaten oder irgendwie sowas. Also bei Amazon oder so Christi, die mit Sicherheit. Oder bei AliExpress oder wie der Ding heißt. Da würdest du mit Sicherheit noch solche... Da wirst du mit zugeschmissen. Da wirst du mit zugeschmissen. Also sackweise mit diesen kleinen Spielzeugsoldaten oder sowas. Aber ich sage jetzt mal, mit dem Edeka an der Kasse, so wie wir das früher noch kannten. Ähm, äh, äh. Glaub ich nicht. Schön, schön so eine Pistole mit Platzpatronen. Und dann hast du dir überlegt, Hauke, dann auch dann das Mini-Bolt Action dann einfach nur mit den Reichweiten anzupassen? Oder lässt du die einfach so? Oder wie hast du dir das dann so im Kopf zurechtgelegt? Also das wäre ja... Also ich glaube, ich glaube, 1 zu 76, also diese Matchbox-Größe, müsste 20 Millimeter sein. Ich glaube, 20 Millimeter kann auch 1 zu 72 sein. Ich bin mir nicht sicher. Nee, 20 Millimeter ist 1 zu 76. Ähm, ja, dann würde ich das einfach umrechnen, umrechnen die Reichweiten, ne? Und dann ist gut. Aber das wirklich coole ist, ja? Ähm, selbst wenn man meint, man muss sich dafür noch sagen, was ich jetzt zum Beispiel nicht habe, äh, einen japanischen Panzer. So, ähm, den gibt es aber von Airfix. Und wenn man den kauft, kostet der, keine Ahnung, 8 Euro, musst du auch zusammenbauen und anmalen, okay. Aber ist natürlich im Verhältnis zu den Bold-Action-Sachen, die jetzt auch nicht super teuer sind. Aber natürlich maximal billiger, ne? Auf jeden Fall. Und 50 Soldaten, 50 Soldaten für einen Zehner, ja, da bist du schnell durch. Also für einen schmalen Geldbeutel ist das ziemlich cool. Kannst du es auf einer relativ kleinen Fläche spielen. Und Gelände, ja, da kaufst du da von Amazon, da gibt es ja solche Palmen-Sets, 36 Palmen, 12 Euro oder so. Mhm. Bestellst du die, klebst die und, und, Sand, nimmst du halt Sand, halt, ne? Klebst du halt Sand auf Holz. Ist auch gut für die Insel. Dann noch so ein bisschen, ein bisschen, äh, Moos dazu und fertig. Also das ist, glaube ich, relativ preisgünstig. Oder, wie man sagen will, einsteigerfreundlich halt. Mal gucken. Also ich, ich, ich hab das Zeug ja, und mal gucken, was man damit irgendwie erreicht, ohne viel Aufriss. Ist ja nicht so, dass du nichts irgendwie zum Anmalen oder zum Basteln oder irgendwie sowas hättest. Genau. Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ganz gut, voll mit nichts zum Anmalen halt. Ich find das aber eigentlich, ähm, auch mal ganz, ganz großartig, mal sozusagen halt, äh, so ein bisschen, äh, do-it-yourself-Hobby zu betreiben, ne? Also natürlich ist das supergeil, auch Sachen von Star Wars Legion oder von Games Workshop zu nehmen oder so. Aber halt noch mal so, so irgendwie eine Stufe mehr kreativ zu werden, find ich irgendwie gar nicht verkehrt. Das ist manchmal auch ganz, ganz befreiend. Und ich find das auch cool, grad wenn man sowas hat, dass man lange Auto fahren muss und man hat keinen vernünftigen Podcast, kein vernünftiges Hörbuch mehr, musst du ja über irgendwas nachdenken. Da kannst du drüber nachdenken, wie du den Garten umgräbst, oder kannst du drüber nachdenken, wie du dein eigenes, wie du dein eigenes Wargame halt machst, ne? Ja, ich seh mir auch genau in seinem Auto sitzen, da fährt er dann schön über die B6 und denkt sich so von wegen so, oh, den, den, den Spaten da jetzt reinstechen, nach vorne und hinten hebeln und dann aus dem, aus der Hüfte schön nach oben, ja, das machst du jetzt dann 300 Mal, hast du den Garten umgegraben. Oh je. Schickes Ding. Schickes Ding. Ja, Phil, wollen wir dich mal fragen, was bei dir auf dem Zettel steht? Bei mir steht noch in ganz großen Lettern das Wort, oder die beiden Wörter, Tabletop-Freibeuters. Freibeuters. Auf dem Zettel. Ja, die Freibäuter ist nicht. Und Hauke und ich waren ja bei den Tabletop-Freibeutern zu Gast und haben an einem One-Page-Wools-Turnier teilgenommen. Hauke, dein wievieltes Spiel war deine erste Runde auf dem Turnier? Dein drittes? Das war mein drittes, genau. Ja, also das zeigt auch mal wieder, dass erst das dritte, erst zwei Spiele gemacht und man kann schon auf dem Turnier mitspielen. Wie, sag ich mal, klein oder mir fällt jetzt kein passendes Wort dafür ein, wie entspannt die Lernkurve bei One-Page-Rules ist. Wie einsteigerfreundlich das ist. Man kann so schnell an einem Turnier einfach mal mitspielen und hat auch noch Spaß, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Hauke? Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe das ja schon damals, als ich im letzten Jahr mit Phil da war und ich quasi als Zuschauer. Da sagte ich ja schon, das war super geil da. Und für mich war ja eigentlich klar, dass ich dann da hinfahre, wenn sie das nächste Turnier machen. Also dann im Oktober habe ich es leider nicht geschafft, aber jetzt zum dritten Turnier wollte ich dann mit. Und wir hatten, Pivi und ich haben schon mal ein Spiel gespielt, Phil und ich schon ein Spiel. Pivi und ich haben uns auf ein Unentschieden geeinigt. Bei Phil habe ich verloren und dann ging es ab zum Turnier. Und obwohl ich vorher nur zwei Spiele gespielt habe, habe ich es immerhin geschafft, Letzter zu werden. Das war super geil. Aber ich habe mich tot gefreut, Letzter zu werden. Also drei Spiele. Genau. Und ob gewonnen oder nicht, das interessierte mich überhaupt nicht. Das waren total coole Spiele. Meine Gegner waren durch die Bank. Echt wirklich richtig coole Typen. Auch nochmal Shoutout an alle drei Jungs. Echt Hammer. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich, Anfang März hatte ich in einem Jahr schon fünf Spiele OPR hinter mir. Und das ist, glaube ich, viel mehr als ich an 40K in den letzten 20 Jahren gespielt habe. Also das ist irre. Einfach komplett irre. Und da hat es super viel Spaß gemacht. Mega geil. Du hast Freitag sogar noch erzählt, du hast gegen den, wie hast du es formuliert? Gegen den Vize-Europameister, Vize-Weltmeister mitgespielt. Wie war das noch? In meinem dritten Spiel habe ich gegen Jerome gespielt. Und Jerome ist zur Zeit amtierender Vizemeister. Also Vize-Deutscher Meister. Und das wird er halt nicht müde, wenn von den Freibordern immer wieder unter die Nase zu reiben hat. Und das habe ich mir jetzt, habe ich auch sofort übernommen. Und ich werde auch nicht müde, immer darauf hinzuweisen, dass ich gegen den Vize-Meister halt gespielt habe. Das ist so geil. Jerome, Shoutout echt nochmal an dich. Aber das war auch wirklich cool. Ich habe Jerome ganz am Anfang gesagt, pass mal auf, ich habe hier von Tuten und Blasen, keine Ahnung, ich habe zwar super Bock, aber du musst mich ein bisschen mit an die Hand nehmen. Und das hat er auch gemacht. Und ich habe da unglaublich viel gelernt von ihm. Und gleichwohl war das für uns beide ein wirklich schönes Spiel, sagte er auch nochmal, dass es ein cooles Spiel war. Er hat das quasi mit dem letzten Wurf, im letzten Zug gewonnen, das Spiel. Aber es war keineswegs so, dass er da einfach durchmarschiert ist. Und obwohl er mir halt viele Sachen gesagt hat, so das ist sinnvoll, das kann man so und so machen, habe ich mich bewusst bei einigen Sachen dagegen entschieden. Und dann guckte er mich so an und meinte so, bist du dir sicher? Ich sage, ja, bin ich. Und dann so etwas später sagt er, ja, stimmt, das war doch ein cooler Move. Und das war natürlich auch ein großes Lob von, also für mich. Und Jerome, hau rein. Meine Frage an euch beide, habt ihr irgendwie einen Moment gehabt, der euch so ein bisschen auch vielleicht regeltechnisch mal so die Augen geöffnet hatte? Regeltechnisch tatsächlich nicht, weil die Regeln, die sind, die Regeln sind, sind für, also wie fange ich da am besten an? Die Regeln machen nicht den guten Spieler oder die gute Spielerin in diesem Spiel. Also nicht das Regelwissen und da zwängt sich ja auch wieder so ein bisschen der Vergleich zu Warhammer auf, leider, der ja immer da wieder so mitschwingt. Bei One-Page-Rules ist es wirklich nicht so, dass gute Spielende dadurch ausgemacht sind, dass sie tolle Stratagams mitbringen und die neueste Armee haben und das alles total gut durchdacht ist. Sondern es ist schon wichtig, eine gute Liste zu bauen, auf jeden Fall. Aber die richtig gut einzusetzen, ist viel, viel wichtiger bei diesem Spiel. Und was für mich so ein Aha-Effekt war, den ich dann beim nächsten Spiel auch schon wieder direkt verloren habe, warum auch immer, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu stark von Korn beeinflusst bin, meinen Rhino mit meinen Kornbeserkern drin nicht direkt, sage ich mal, auf den Gegner zufahren zu lassen und ihm freies Schussfeld zu bieten, sondern den auch mal ein bisschen taktisch klüger einzusetzen und vielleicht in Deckung zu fahren. Weil man denkt immer so, ja, hier sechs Lebenspunkte, Defense von zwei plus, das hält. Also bis der zerschossen ist, ja, dann kommt einer, so wie jetzt am Freitag, mit seinem Panzer, mit den vier Laserkanonen an und dann ist so ein Rhino ruckzuck zu Kleinholz zerschossen und die Kornbeserker, die purzeln da einfach nur alle so raus und liegen dann auf einmal da auf dem Schlachtfeld, wie auf einem Silbertablett serviert. Und das habe ich beim Turnier tatsächlich ein bisschen anders gehandhabt. Also da hat der zumindest die ersten zwei Spiele ein bisschen länger überlebt, der Rhino, und ich konnte sogar die Kornbeserker ausladen, bevor er zerschossen worden ist. Aber das sind so Sachen, das ist für mich tatsächlich eher so ein Aha-Erlebnis auf den Turnieren bisher jetzt immer gewesen, wirklich zu sehen, dass der taktisch kluge Einsatz der Ressourcen das ganze Spiel bestimmen kann. Aber ich hatte auch ein Aha-Erlebnis und zwar, da hatte ich gegen Jan gespielt. Der hatte Death Guard am Start, sage ich jetzt mal, und er hatte eigentlich nur Modelle mit Toughness und viel Blast. Also so hier, dass sich quasi die Wunden auf mehrere Modelle verteilen. Wenn man einmal trifft, verteilt man direkt drei Wunden auf die Modelle. Und Indirect, das war halt für meine Infanterie lastige Liste tödlich. Und da war es im Prinzip so, da hatten wir uns auch im Nachhinein beide so ein bisschen drauf geeinigt, dass schon im Listenbau dieses Match für mich eigentlich nicht zu gewinnen war. Zumal das dann auch noch die Mission King of the Hill war, also das ein Missionsziel in der Mitte platziert wird. Und ich hätte ruhig mit meiner gesamten Armee mich einfach in die Mitte stellen können. Der hätte mir einfach alles zerschossen und hätte sich da hingestellt. Und ja, der hat mich auch komplett vom Feld gefegt. Also absolut keine Chance gehabt. Ist sicherlich dem auch geschuldet, dass er auch ein taktisch guter Spieler war. Aber der hat halt auch schon beim Listenbau im Prinzip so taktisch kluge Entscheidungen getroffen, dass da das Match schon entschieden war. Das waren so diese zwei Aha-Momente für mich aus dem Turnier auf jeden Fall. Ich würde da auch noch was anfügen wollen. Und zwar, wenn man sich ein normales 40k-Spiel halt überlegt. Nehmen wir einfach mal eine Situation. Man hat da zwei starke Einheiten, die schießen können. Und man wird angegriffen. Der Gegner kommt angefahren mit zwei Panzern. Ein Panzer ist halt schwer beladen mit Infanterie. Ein sehr wertvolles Ziel. Und der andere Panzer ist sonst ein halbwertvolles Ziel. Man muss sich überlegen, auf welches Fahrzeug würde ich schießen? Bei 40k würde ich ja, da beide Fahrzeuge sich ja schon bewegt haben, würde ich halt das Feuer erstmal auf das primäre Ziel feuern, gucken, was passiert. Und wenn ich es ausschalte, dann sozusagen auf Sekundäre. Das geht bei OPR nicht. Das ist eine völlig andere Überlegung, die man da hat. Da beide Fahrzeuge ja nicht schon automatisch zur gleichen Zeit gezogen haben. Sondern es mag ja sein, dass ein Fahrzeug schon gezogen ist und ein anderes noch schießen kann. Das ist dann wahrscheinlich so eine Sache, die eher die Star Wars Legion Spieler halt verstehen. Dass man halt gucken muss, wenn ich auf ein Ziel schieße, das sich schon bewegt hat, was passiert dann mit der anderen Einheit, die sich noch nicht bewegt hat oder noch schießen kann. Ist es dann sinnvoller, lieber auf die Einheit erstmal zu schießen, die noch schießen kann, um der sozusagen die Schussphase wegzunehmen. Und das ist dann eine Überlegung, die irre Züge annimmt. Wenn das nicht vier Einheiten sind, sondern acht Einheiten und auf jeder Seite, dann muss man da wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Man hat jetzt aber auch nicht eine halbe Stunde Zeit, jedes Mal das zu machen. Da hat man auch gar keinen Bock drauf. Aber das ist dann eine gewisse Einspielen und ein Überlegen, das mit einem normalen 40K-Spiel wirklich nichts zu tun hat. Und da muss man halt davon auch weg, dass man da 40K spielt. Man spielt nicht 40K, man spielt mit 40K-Figuren, aber man spielt ein völlig anderes Spiel. Das stimmt. Okay, hätte ja sein können, dass ihr da irgendwie plötzlich so einen Augenöffner plötzlich bekommen habt, wo ihr plötzlich, ja weiß ich nicht, irgendwie so eine Art Regeln plötzlich verstanden habt, wie die ineinander greifen und so Synergien entwickeln und so weiter. Das hatte ich mir so gedacht. Also doch, das war genau das. Ja, also es war genau das, wie Haukes sagt, aber halt nicht auf diese Art und Weise, wie man es sich halt vorstellt, wenn man aus der 40K-Welt kommt. Wo man halt wirklich ganz viele verschiedene Strata-Games und so kombiniert zu irgendeinem super Ding irgendwie, sondern halt eher so auf so einer Meta-Ebene irgendwie, würde ich sagen. Mhm, okay. Supi. Gut, wollen wir darüber noch weitersprechen? Habt ihr da noch irgendwie was oder wollen wir das nächste Thema nehmen? Jeden Interessierten sei noch mal angeraten, T3 im Auge zu behalten mit anderen OPR-Turnieren oder auch mit dem nächsten OPR-Turnier der Freibald in Hamburg. Es ist wirklich sinnvoll, wenn man da auf One-Page-Rules Bock hat, One-Page-Rules Grimm-Dark-Future sich mal zu so einem Turnier anzumelden. Und da waren ja wirklich, also zum Beispiel Tim, einer, der ist aus Hessen, ich glaube aus der Nähe von Marburg, ist der nach Hamburg gefahren. Einfach, weil er auf Bock hatte. Genau. Und ganz großartig halt, ne? Das war ja auch noch eins der Highlights des ganzen Turniers, dass wirklich, also der hatte ja, ist ja auch dort hingefahren, weil er durch unser Schwärmen über dieses Spielsystem und auch durch uns davon erfahren hatte, dass dieses Turnier stattfindet und ist dann extra da angereist und hätte ohne uns da wahrscheinlich nie von erfahren. Das war auch noch mal so ein echt tolles Erlebnis irgendwie, dass wir da halt jemanden so inspirieren konnten, mal so ein Wochenende in Hamburg zu verbringen. Also fand ich ganz großartig. Und wo wir schon bei dem Thema jetzt noch sind, hier Freibeuter und One-Page-Rules. Wenn man jetzt zur Sekunde die One-Page-Rules.com-Seite aufruft, ist das Erste, was man dort zu sehen bekommt, nämlich die Taktika-Platte der Tabletop-Freibeuter, weil halt auch Getano und das ganze One-Page-Rules-Team wahrscheinlich so begeistert einfach davon waren, was die da auf die Beine gestellt haben, was die sich Cooles ausgedacht haben. Also ich sag mal so, wenn alle Hersteller so für ihre Spiele werben würden, wie die Tabletop-Freibeuter das mit ihrer Platte für One-Page-Rules gemacht hätten, dann wäre es nochmal ein ganz anderes Thema, glaube ich. Also dann würden die nochmal ganz anders Spielende anlocken können damit, weil das ist so eine geniale Idee gewesen und so einsteigerfreundlich und trotzdem spannend und innovativ. Also da sollten wirklich, glaube ich, alle mal ganz, ganz hellhörig hinschauen, was da gerade abgeht. Ganz, ganz großes Kino irgendwie, finde ich. Und spricht auch wieder für diesen ganzen Spirit, der so hinter der ganzen One-Page-Rules-Sache so dahinter steht irgendwie. Ich denke, auch Bilder dazu könnt ihr natürlich auch bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen. Da haben wir natürlich auch Bilder der Platte gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da welche gepostet haben. Hauke, wir beiden Schnuggel sind ja eingeladen worden von den Kollegen des Hobbyisten-Podcast. Das war eine sehr launige Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Grüße gehen raus an euch da draußen. Wir haben nämlich über das Thema 10th Edition Warhammer 40k gesprochen. Was wir uns denn so wünschen würden und so weiter. Das war ein sehr interessanter Cast und ich denke mal, der sollte jetzt die nächsten Tage auch veröffentlicht werden. Der Schnitt war zumindest, ich glaube, Anfang dieser Woche, soweit durch, habe ich so vernommen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Jungs das alles dann fertig gemacht haben und zusammengeschnitten haben. Aber Hauke, vielleicht kannst du nochmal eben kurz zusammenfassen, was deine Wünsche für die 10. Edition wären, die ja, so wie wir meinen, vielleicht sogar ja schon angekündigt wurde durch einen kleinen Teaser-Trailer mit Hilfe eines Tyranniden und eines Terminators. Ich möchte ja gar nicht allzu sehr in die Sache einsteigen, denn dann würde ich ja sozusagen den Podcast der Kollegen spoilern. Aber ich bin, ich denke, wir haben in der Gruppe insgesamt sehr viele kluge Wünsche formuliert und ich fürchte, kein einziger davon wird umgesetzt werden. Aber das ist halt so mit Games Workshop. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht kannst du, um nicht den ganzen Podcast zu spoilern, vielleicht kannst du aber zumindest einen Wunsch äußern, dass wir die Leute jetzt hier nicht so im Regen stehen lassen. Also ich hatte mir gewünscht, dass Games Workshop professioneller wird. Ich lasse das mal so kryptisch im Raum stehen. Ich war ja, um ehrlich zu sein, auch ganz überrascht, davon hinterher zu erfahren, dass ihr über das Thema 40k gesprochen hattet, weil da hatte ich gar nicht so richtig mit gerechnet. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte das zwar mitbekommen, dass ihr zu den Hobbyisten eingeladen wurdet, aber dass es nun ausgerechnet um die 10. Edition 40k ging, da habe ich nun wirklich nicht mit gerechnet. Zumal wir ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt sind, der große 40k-Spieler-Podcast zu sein. Da war ich schon ein bisschen überrascht, dass sie ausgerechnet dann uns zu so einem Thema einladen. Aber umso neugieriger bin ich wirklich darauf, die Folge in die Ohren zu bekommen und zu hören, was ihr da so, oder auf die Ohren zu bekommen und zu hören, was ihr da so zum Besten gegeben habt zu Warhammer 40k 10. Edition. Ich werde ja wieder wahrscheinlich mir die Starterbox holen, einfach nur um viele Minis günstig zu bekommen. Mal gucken. Und dann war es das wahrscheinlich auch schon wieder. Wobei ich ja auch sagen muss, dass auch das Buch aus der Indomitus-Box so als Buch an sich auch schon einen guten Eindruck macht und auch ein hochwertiges Ding ist. Und dann so ein Hardcover-Buch, was irgendwie gefühlt drei Zentimeter dick ist, das kann auch nicht schaden. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber ich finde, dass das 40k doch ziemlich viel Raum unserer Sendezeit einnimmt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt immer der neuesten Edition hinterher rennen. Aber ich denke doch, dass 40k in all seinen Varianten und Abarten doch eigentlich doch ziemlich hart von uns beackert wird. Wie viele unserer Hörer spielen ja, also ich weiß nicht, ob sie spielen, aber sind auf jeden Fall 40k-Hobbyisten, die da hart malen und sammeln. Also eigentlich kenne ich keinen unserer Hörer oder alle Hörer, die ich bisher persönlich kennengelernt habe, haben in der einen oder anderen Weise alle was mit 40k am Hut. Okay, dann habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Mir ging es wirklich eher darum, dass wir ja jetzt nicht gerade die neunte Edition schon mal gespielt hätten oder so. Nee, das stimmt. Das meine ich. Das meine ich halt eher. Also, dass wir jetzt nicht sagen können, oh, was würden wir uns wünschen, was ist besser, was sollen sie zur neunten Edition besser machen, als es jetzt gerade ist und so weiter und so fort. Das meine ich halt eher so. Deswegen war ich einfach nur überrascht. Ich glaube, es war von den Hobbyisten auch so eingepreist, dass sie uns nicht als 40k-Veteranen, sondern eher als 40k-Idealisten eingeladen haben. Ja. Wie das gelaufen ist. Gerade wenn es dann um das Thema, was man sich wünscht, gerade wenn es dann um das Thema geht, was man sich wünscht, passt das dann ja gut. Also, mein eigentliches Wünsch dir was bei der zehnten Edition war, dass sie endlich mal anfangen, einheitliche Sonderregeln zu machen. Und nicht alles immer nur 50.000 Mal benennen, aber im Grunde macht das Ding das Gleiche wie die anderen 49.999 anderen Sonderregeln. Das war so mein Wunsch, den ich hätte. Aber, Hauke, wir beide kennen Games Workshop schon jetzt eine ganze Zeit länger und wir beide wissen, dass das, was wir uns wünschen, definitiv nicht in Erfüllung gehen wird. Da bin ich auch absolut von überzeugt. Aber das ändert nichts daran, dass man es sich wünschen kann. Ja, wollte ich gerade sagen. Kurze Zwischenfrage an euch nochmal beide. Als ihr dieses Teaser-Video gesehen habt mit dem Terminator und mit dem Tyranniden, ist das für euch das Zeichen 10. Edition oder ist das eher so ein Ding Space Hulk kommt wieder? Wenn das jetzt die einzige Information ist, die ich bekommen würde. Ich habe das in dieser Video auch nicht gesehen. Aber wenn ich höre Tyrannide oder Jeans Dealer und Terminator, dann denke ich sofort an Space Hulk. Einerseits ja. Andererseits sehe ich dann gerade hier zwei Buchsets, die mir Hauke netter, freundlicherweise überlassen hat, weil ich ein unfassbarer Blood Angels Fan bin. Die nennen sich da Exterminatus und Leviathan. Ich muss da eher tatsächlich an Blood Angels versus Tyranniden denken, wenn ich einen Tyranniden und einen Terminator sehe. Das findet natürlich auch in Space Hulk statt, aber es gibt auch noch einige weitere Schauplätze, wo Space Marines auf Tyranniden getroffen sind, wie zum Beispiel die Devastation of Ball und ich war auch schon davon so ein bisschen angefixt, dass ich jetzt direkt das Hörbuch zum zweiten Mal durchhören musste. Wenn man die Sache nicht vom Fluff, sondern von Games Workshop-Sicht hochziehen würde, dann muss man ja eigentlich von der Marketing-Perspektive rangehen. Und Terminator 10. Edition 40k würde eine Sache klar bedeuten, und zwar neue Terminator-Modelle. Denn die jetzigen Terminator-Modelle, neben den Primaris kannst du nicht benutzen. Das geht schlicht nicht. Dann müsstest du halt, das ist auch nicht Zielsetzung von Games Workshop, dass neben einer Primaris-Armee jemand noch in Anführungszeichen Firstborn in Terminator-Rüstung hat. Wenn, dann müsste es jetzt sein, dass sie sozusagen für die Primaris Terminator-Rüstung bringen und dementsprechend neue Modelle. Wenn sie das machen wollen, dann könnte das sein, dass das für die 10. Edition hier eine Werbung war. Aber ich denke, das hätte man dann aus 150 Meter Entfernung erkannt. Wenn es ein normaler Terminator ist, dann glaube ich, dass es Spacehack sein wird. Denn das ist dann die Variante, wo sie dann die Genestealer nehmen und die jetzigen Terminator-Miniaturen, die dann ja im Maßstab zueinander proportional sind, weil ja keine Primaris aufkreuzen. Und dann die bestehenden Modelle recyceln in einer neuen Box, in der Games Workshop, die ja kein Modellenhersteller sind, neue Bücher mit reinbringen und vermutlich auch neues Gelände. Würde ja Sinn machen, bei dem Gelände, das sie ja für den Spacehack zur Zeit ja eh haben. Also durch die sogenannten Seasons. Ich denke, wir werden ein Plastik-Spacehack bekommen. Das denke ich nämlich auch, so wie du es gerade gesagt hast, dieses Recycling, was da gerade stattfindet. Ich habe jetzt so das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber dass sie momentan jetzt versuchen, ihre alten Bestände der Plastik-Termis und Jeans-Dealer loszuwerden, damit genau das später eintritt, was Hauke gerade beschrieben hat, mit den Primares-Terminatoren. Da muss ich kurz einhaken, also grundsätzlich habt ihr wahrscheinlich recht, aber habt ihr euch mal den Inhalt der neuen Wrath of the Soulforge King Box angeschaut, die jetzt gerade neu rausgekommen ist. Sorry, habe ich gerade nicht da, warte. Wenn man sich den Inhalt nämlich anschaut, dann wird einem wie Schuppen von den Augen fallen, dass da Terminatoren drin sind, die auch als Deathwing-Ritter oder Deathwing-Terminatoren- Kommando-Tub gebaut werden können. Jetzt kann ich anhand des Bildes nicht erkennen, auch weil ich mich mit den Deathwing-Terminatoren, den Plastik-Kids nicht auskenne, ob das jetzt immer noch die gleichen Modelle sind oder ob das jetzt schon neue, größere Modelle sind. Jedenfalls haben die da Terminatoren reingeklatscht, sage ich es jetzt einfach mal. Ist jetzt die Frage, sind das neue Terminatoren, sind das die Terminatoren, wie wir sie in Zukunft haben werden, weil dann sieht es für mich so aus, als würde sich an Terminatoren nicht wirklich großartig viel ändern, wenn ich mir das halt so anschaue. Wir können das daran festmachen, dass wir sehen ja vorne Asrael, ne? Ja. Asrael, doch Asrael, von der Chapter Master der Dark Angels. Oberster Großmaster Asrael, genau. Genau, und das ist die Primaris-Figur und daneben sehen wir einen normalen Deathwing-Terminator-Sergeant und der ist einen halben Kopf kleiner. Das heißt, was das da hinten, was sind das, achso, das sind Obliterator da hinten ganz am Ende, ne? Oben rechts, das sind Chaos-Leute, genau. Nö, das was dabei ist, ist hier, wenn ich das richtig sehe, der normale Deathwing-Terminator-Trupp, oder? Kann gut sein. Würde ich jetzt nicht bezweifeln wollen. Denke ich. Und dann lass mich mal gucken, mit Primaris Marins im Hintergrund. Genau, das sind Heavy Intercessors, glaube ich, aber die haben sie nicht skaliert. Es sieht es sieht so, hätte ich gerade was politisch Inkorrektes gesagt, es sieht so schlecht aus, dieser Primaris dem Terminator. Entweder First One und Terminator oder Primaris und neue Terminator-Figur, aber so geht das nicht. Das sieht echt nicht gut aus. Ja, deswegen, warte mal, ich habe da wirklich so eine Vermutung, dass sie jetzt noch ihre ganzen, keine Ahnung, 10.000 gedruckten, gepressten, was weiß ich nicht was, Terminatoren mit in die Box reinhauen, weil das natürlich gerade eine geile Nummer ist, wartet eigentlich fast jeder drauf, auf diese Spezialistensysteme, da können die das noch gut mit verwursten, ne? Und wenn die Boxen weg sind, dann können sie mal irgendwann vielleicht mal welche nachproduzieren oder vielleicht auch nicht, man kennt das ja bei Games Workshop und dann sind die sich, sind die sich grün und können dann sagen, so, alles klar, wir drücken so langsam, die Firstborn Marines drücken wir aus dem Sortiment raus, indem wir dann nämlich nur noch solche machen mit Primaris und gehen dann halt irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr ins 28, sondern 32 Millimeter Zeitalter weiter. Die Plastik-Terminator, ne? Also ich finde die ja supergeil, diese Multipart-Plastik-Terminator, aber die sind natürlich auch schon wirklich in die Jahre gekommen. Und wenn ich mich erinnere, ich hier mal gucke, Stormclaw, ne, das war das falsche, diese Shield of Bile-Kampagne, da gab es ja früher auch eine Grundbox zu, die war so gefühlt 6, 6,5, ähm, da waren ja auch schon Terminator mit drin, also mindestens, mindestens 15, 16 Jahre alt sind die Plastik-Terminator. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die jetzt die Zeit ihren Dienst getan haben und das Games Workshop jetzt noch einmal wie irre rauspresst herstellt und dann die Gussform nimmt und einfach einmottet. Und dann war's das halt. Und vielleicht dann alle zwei Jahre nochmal so made to order macht. Denn es passt auch ins Konzept nicht rein, ne? Die Terminator sind relativ teuer, punktemäßig und geldmäßig ziemlich günstig. Mhm, stimmt. Ich denke, das wird ein Aufbäumen sein mit den Terminatoren und dann gib's die jetzt nochmal richtig auf den Markt und dann war's das. Und dann kann ich hoffentlich nochmal einen Blood Angels Terminator-Kommando-Trop absahnen, den mit dem Fahnenträger. Alter, supergeile Box, echt Hammer. Ich glaub, den muss ich mir auch kaufen nochmal, die Box einfach unter dem Umbauen auf Ultramarits, einfach um die Figur zu haben. Ja, einfach richtig geil, ja. Gott sind wir Opfer. Was mir an dieser Rust of the Soulforge King Box wirklich gut gefällt, ist der Chaos-Typ, der hier mit seinem Metallflügel-Skelett-Dingst. Den find ich echt ziemlich gewohnt. Waschtor der Archi-Fahne. Ja. Das ist ja quasi, das Modell hat ja quasi sozusagen den Hype angekündigt, das Dark Mechanicum, weil der ist ja irgendwie so, ne, irgendein Dark Mechanicum-Typ, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Wo jetzt dann alle dachten, oh, jetzt kommt hier ein Dark Mechanicum. Äh, ist ja noch nicht so richtig weitergegangen damit, aber, ähm, zumindest hat er das, ähm, hat er das so ein bisschen angekündigt wohl, für viele. Ja. Gefühlt so, sag ich mal, ne. Phil, was kostet die Box eigentlich? Also UVP 160 Euro. Boah. Und, ähm, wenn ich jetzt hier so schaue, bei Drittanbietern, so um die 130 dann halt, ne. Ja. An sich finde ich die sehr geil, weil eigentlich alles, was drin ist, finde ich geil, mit Ausnahme der Primaris. Die brauche ich genauso wenig wie der Träume das Weihwasser. Mhm. Tja, müsste man sich im Nachgang nochmal drüber unterhalten. Aber was willst du mit mehr Primaris? Echt, da hast du auch 100.000 Stück von. Ja, nee, also Primaris brauche ich tatsächlich auch nicht. Also, ähm, aber so ein paar Chaos-Kollegen, kann ich immer gut gebrauchen. Was Phil auf jeden Fall braucht, ist Zeit, um nämlich seine ganzen One-Page-Rules zusammengebastelten Listen zu spielen. So. Ne? Und ein Ding haben wir ja schon am Freitag, ähm, quasi, ja, durchgezogen. Das war unser quasi, äh, unser Viertel-jährliches Treffen, was wir immer jetzt irgendwie versucht haben, so alle zwei, drei Monate uns dann irgendwie, äh, zusammenzurotten und dann eine Runde irgendwie zu zocken oder irgendwie sowas. Das erste Treff, Hauke, hatten wir, glaube ich, im Januar bei dir. War das richtig? Januar? Genau. Genau. Und jetzt dann hier quasi so Mitte, Mitte März dann bei mir hier in Bramsche. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, ich, die ganze, die ganze Woche hat mich nur getragen, weil ich wusste, dass ihr Freitag kommt. Das war so genial, wirklich. Ich hab ja noch Gelände zusammengebaut und gemacht und getan. Hab dann bei uns an der Dienststelle den Raum fertig gemacht, hab die Tische aufgebaut, Kaffee gekocht, alles hingestellt und hab gesagt, von wegen, geil, hier Gelände hinstellen und so, ne? Und, äh, ja, und dann kam die rein und sagt, äh, Hauke, sofort die Augen auf, so, ich will spielen, auf geht das. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Ja, aber wirklich, ey. Also, ihr müsst euch das vorstellen, die beiden haben angefangen zu spielen, haben ihre Minis ausgepackt und Hauke hat das Gelände noch ein bisschen hübsch gemacht. Übrigens sehr geil gewesen, Hauke, mit dem, wie du's aufgestellt hast. Ich hab das ja einfach nur, einfach so hingestellt, einfach mal so grob. Und, ähm, ich hab dann da gesessen und hab noch Dinge gemacht, dazu später mehr, und dann habt ihr angefangen und habt euch in der ersten Runde so dermaßen auf die Fresse gegeben, dass ich gedacht hab, was passiert denn hier gerade? Also, ich hab gedacht, von wegen, Gunline versus Gunline. Aber ehrlich. So, da kam Phil mit seinem, mit seinem Panzer um die Ecke, wo die Cornies rausgefletzt kamen, den Hauke vorher dann mit, mit vier, rausgeplumpst sind. Mit vier Laserkanonen, hast du den irgendwie abgeballert oder irgendwie was? Ja, das war, das ist nicht so die Meisterleistung von mir. Ist egal. Es war, es war einfach total geil. Man muss sich das so vorstellen. Phil und ich kommen da halt an, ich renn rein, seh den aufgebauten Tisch und ich sag, Alter, ist mir scheißegal, ich hab jetzt Piwis Tisch gesehen, das hat mich so glücklich gemacht, wir können schon wieder nach Hause fahren halt. Sag, nein, nein, ich spiel jetzt noch. Weil man sich ja die ganze Zeit so drauf freut halt. so, Piwis saß dann da und hat das gemacht, was halt Dysonauts Captains halt machen und Phil und ich haben angefangen zu zoggen. 2500 Punkte, One-Page-Rules, Phil hatte seine, seine Corn-Leute, ich hatte Ultramarines und Phil, einfach, wie das bei Corn ist, das ist halt super nahkampfstark, ne? Und ich hatte die ganze Armee komplett auf Fernkampf gepolt, diametral entgegengesetzte Sachen halt, was ja eigentlich für ein gutes Spiel spricht halt und dann hatten wir bei der Auswahl des Szenariums halt, dass wir über die langen Seiten spielen. Das heißt, 24 Zoll zwar auseinander, aber dann halt über die langen Seiten. Und Phil, konsequenterweise, fährt erstmal mit seinem Transporter genau vor meinem Predator mit vier Laserkanonen. Das ist so geil. Was ich da aus Kleinholz machen konnte. Und dann habe ich mit gleicher taktischer Expertise geantwortet, indem ich mit meinen Unterstützungstrupps vorgerückt bin. Weiß ich auch nicht. Nochmal zur Erinnerung, Phil spielt Corn und ich Ultramarines und ich rutsch, ich rück mit meinen schweren Fassen vor. Genau. Und Piwi gesagt, wenn ich das nochmal mache, muss er mir mit dem Maßstab von Games Workshop, diesen roten Maßstab, soll er mir ins Gesicht schlagen, wenn ich das nochmal mache. auch Schmerzstab genannt. Das war so geil. Genau. Also, falls ihr das nicht verstanden habt, spult nochmal so ungefähr 30 Sekunden zurück und hört euch das nochmal an, dass Hauke eine Ultramarines Army gespielt hat, die auf fairen Kampf ausgerichtet gewesen ist. So. Ey, es ist auf jeden Fall keine Ahnung. Ich glaube, die ganze Schlacht dauerte gerade irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten oder irgendwie sowas. Da ist dieser, dieser gesamte Tisches explodiert. Also in den ersten, in der ersten Runde hat jede Seite von 2500 Punkten ungefähr 800 Punkte verloren. Das war, es war unglaublich. Dabei war das Gelände doch eigentlich so ausgelacht, dass ihr, also Phil hätte von Deckung zu Deckung huschen können, bis er bei dir gewesen ist. Du hattest aber trotzdem noch zwischendurch Feuerkorridore, wo du ihn hättest dann irgendwie noch abfangen können. Also, aber nein. Wie so zwei stumpfe Autofahrerrentner, die, keine Ahnung, nee, Engstelle, nee, ich habe hier Vorfahrt. Ich fahre jetzt zuerst. Total geil. Echt abgefahren, ja. Es gab einfach aufs Maul. Aber wirklich aufs Maul. Ja, dann kam ja noch der Daniel und der Christopher kam ja auch noch vorbei und die hatten dann halt auch ein bisschen Minis mitgebracht. Also gerade Daniel hatte ja dann Necrons mitgebracht und hatte noch Orks mitgebracht und Christopher hatte seine imperiale Armee mitgebracht und dann haben wir, weil nämlich dann der nächste Gast noch aufgeschlagen ist, der liebe Mirko von Osnagiliat, hier aus dem Nachbardorf und der wollte einfach nur so zum Quatschen kommen und zum Gucken und Kennenlernen und so. Ja, ehe er sich versehen, hat er plötzlich 750 Punkte Orks in der Hand gehabt und hat mit uns ein Viererspiel One-Page-Rules gemacht. Das ist so abgefahren gewesen. Wie auch immer, letztendlich bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn, dass wir da einen neuen One-Page-Rules-Enthusiasten am Tisch sitzen hatten. Also definitiv. Der war nicht wenig begeistert davon. Also hat er auch selber dann noch berichtet, dass er ja auch mit Star Wars Legion angefangen hatte und immer mal wieder andere Systeme ausprobiert, wo er aber schon nach dem ersten Spiel eigentlich häufig so das Gefühl hatte, hm, das ist irgendwie doch nicht so das Wahre. Und ja, ich glaube, nach diesem Spiel One-Page-Rules hat er dann doch ziemlich schnell gemerkt, dass das einfach ein richtig geiles System ist. und er hatte ja auch erwähnt, dass er jetzt in Zukunft aus persönlichen Gründen nicht mehr ganz so viel Zeit zum Spielen und zum Malen hat und sich natürlich dann One-Page-Rules mal wieder total anbietet, weil man wirklich einfach mal so ein kleines Spiel auf dem Abend ein, zwei Stunden machen kann und nicht gleich den großen Hammer rausholen muss. Ja, Mirko sagt da dann auch so, am nächsten Tag hätten sie dann irgendwie eine Vierspielerschlacht Herr der Ringe gespielt und er weiß, dass das jetzt schon irgendwie in die Richtung fünf, sechs Stunden läuft so nach dem Motto. Und allein diese Augen, als ich rausgegangen bin, hab dann gesagt, so komm, wir klicken jetzt hier eine Liste zusammen, ausgedruckt, ich kam wieder, wie lange hat das gedauert? Fünf Minuten? Glaub ich, mit Daniels Hilfe so, welche Figur jetzt, was in dem Armee-Belder ist und so. Und der hat mir gerade große Augen gemacht und hat gesagt, wie jetzt schon, wie Liste fertig? Ich so, hier ist seine gesamte Armee auf einem DIN-A4-Blatt, also drei Viertel bedruckt. Er so, hä? Ich so, ja, mach mal, kriegst du alles schon hin, ne? Und das war total geil, weil er hat uns erstmal alle irgendwie dann später, ich will nicht sagen abgezogen, aber er hat nachher das Spiel gewonnen. Von den Missionszielen her. Im Prinzip ja. Genau. Das war total gut. Also, und da merkt man auch wieder von wegen so, dass mir das persönlich auch ganz, ganz wirklich gefehlt hat, so dieses Zusammenkommen und einfach zocken, Dönkes labern, ne gute Pizza bestellen, ne Kaffee trinken, ne Cola trinken, da sitzen, sich gegenseitig irgendwie die Minis dann schmackhaft machen und dann fahren alle nach Hause und sind glücklich. So. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hab diesen Abend habe ich nicht einmal an die verkackte Arbeit gedacht. Nicht ein einziges Mal. Ich bin so abgeholt worden von allen und das war für mich Balsam für die Seele, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Ich hab euch ja mal erzählt, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob es hier ein Podcast gewesen ist, dass ich 2023 keine neuen Minis kaufen möchte, ne? Oh. Ja. Ich glaub, es war aber nicht ein Podcast. Okay. Dann war es ja nicht öffentlich, also gilt das ja eigentlich gar nicht. Hihi, ist ja noch besser. Auf jeden Fall habe ich meinen persönlichen Eid gebrochen und zwar habe ich mir ja geschworen, ich möchte eigentlich keine neuen Minis kaufen im Jahre 2023, weil ich noch so viel Kram hier liegen habe, der eigentlich erst hätte fertig sein müssen oder erst hätte fertig sein können, so bevor ich dann neue Minis ankaufe. Irgendwann in einer Bierlaune, hätte ich jetzt fast gesagt, obwohl kein Alkohol im Spiel war, saß ich in meinem Schaukelstuhl und die Mädels irgendwie an so einer Netflix-Serie am gucken hier unten und dann habe ich mir so überlegt, ah komm, gehst du mal stöbern. Und da habe ich gesagt, so One-Page-Rules, ja, sowas gibt es dann da noch so für Möglichkeiten, mal so überlegt, ah, guckst du mal bei Games Workshop so diese Combat-Patrol-Boxen, guckst du dir die mal an? Ich so, ah, ist klar. Und plötzlich guckte mich so eine Elder-Box an und ehe ich mich versehen habe, habe ich die bestellt gehabt. Die wollte ich eigentlich schon fertig gehabt haben für den Freitag jetzt, wo wir gespielt haben, damit ich mit meinen Elder hier dann spielen konnte. Ich habe auch schon eine 1500-Punkte-Liste zusammengestellt gekriegt, die genau mit dieser Box passte. Das war so richtig, richtig geil. Also ich habe mir die Sachen zusammengelegt, die da drin waren, habe die ein bisschen aufgepumpt und schon hatte ich 1500 Punkte Elder dastehen. Eigentlich eine mega geile Geschichte, nur leider hat die Post irgendwie es nicht geschafft, die Klamotten vom Taschengeld-DieP hier bei mir dann zu Hause dann abzuladen. Das hat dann Freitagmorgen geklappt und ich habe dann da gestanden und habe dort angefangen, erst mal die Minis hier zu kleben, die ich dann nachher brauchte für das Spiel, habe nicht das ganz geschafft, bin dann ja zur Dienststelle gefahren, habe den Raum vorbereitet und so weiter und als Phil und Hauke dann kamen, habe ich mich dann da hingesetzt und habe dann den Rest dann geklebt, was auch eigentlich ganz passend war, sodass ich dann mit den Viechern dann auch so ein bisschen zumindest dann zocken konnte. Also das war für mich, ja jetzt nicht irgendwie ein Weltzusammenbruch oder so, aber es war für mich dann schon, wo ich gedacht habe von wegen so, Alter, deine Selbstkontrolle, da musst du aber echt noch dran arbeiten. Das hat mich dann im Nachhinein ein bisschen gewurmt, auf der anderen Seite sage ich mir von wegen einfach geile Püppis, ne? Ja, und vor allem die Combat Patrol, da ist ja noch wirklich gut. Die ist wirklich, wirklich gut, da sind zehn Gardisten drin mit einer Waffenplattform, da ist ein Runenprophet mit Brei, ein Phantomlord und sechs Jetbikes. Ich habe mich immer immer gefragt, was will man eigentlich mit sechs Jetbikes? Aber im Zeichen des 3D-Druckens kannst du dir natürlich für die Shining Spears natürlich auch ein paar Teile drucken, dann nennst du halt drei Gardisten und drei Aspektkrieger, ne? Geht ja auch, wunderbar. Boah, das könnte ich auch machen, ne? Und wenn ich denen einfach nur diese Speere da irgendwie hinten dran tacker oder irgendwie was, ne? Also ich habe jetzt drei Jetbikes habe ich gleich gebaut und die anderen drei Jetbikes auch gleich gebaut, sodass ich die quasi so als zwei verschiedene Einheiten spielen könnte, damit ich die so ein bisschen besser auf dem Spielfeld auseinanderhalten kann, so, ne? So, und die Waffen da drunter oder die Waffen beim Phantomlord oder irgendwie sowas, ja, das ist mir für OPR ehrlich gesagt total Wumpe. Hauptsache das ganze Ding sieht geil aus, die ganzen Minis und da habe ich wirklich den Stil über die eigentlichen Spielfähigkeiten drüber gestellt, weil das Schöne ist ja bei OPR ist ja nicht what you see is what you get. Also das ist ja einfach dann das Geile an der ganzen Nummer, ne? Deswegen habe ich einfach wirklich so zusammengebaut, wie ich dachte, boah, das gefällt mir, das sieht geil aus. Das Ding erzählt eine Geschichte und dann hat sich das, ne? Das war, ähm, ja. Schade. PV. Hast du dir, hast du dir eigentlich eine besondere Craftworld ausgesucht oder schon Hintergrund erdacht dazu? Überhaupt nicht. Äh, Farbschema habe ich mir überlegt, wie ich die machen möchte. Könnt ihr mittlerweile bei Instagram sehen, habe ich auch schon einige Bilder hochgeladen, einfach mal von den Dingern. Mit Türkis, Orange und so. Und, äh, was da jetzt im Hintergrund ist oder sowas, habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Gar nicht. Kommt vielleicht noch, aber ich will jetzt nicht sagen von wegen so, das kommt nie, aber vielleicht kommt das irgendwann. Aber, ähm, ich war erstaunt, wie gut dieses Farbschema von den Händen geht. Also ich habe das ja, die grundlegende Farbe mit der Airbrush gemacht, das Orange bis jetzt mit dem, mit dem Pinsel gemacht und ich war erstaunt, wie gut das ging. Also von daher, ich bin gespannt, mal sehen, wie weit ich das dann irgendwie hinkriege. Spätestens zu unserem nächsten Termin sollten die eigentlich auf jeden Fall fertig sein. Jetzt muss ich es nur noch hinkriegen, euch irgendwie mit Age of Fantasy anzufixen und dann sind alle meine Wünsche erfüllt. Age of Fantasy ist das Ding, das Pendant zu Age of Sigmar. Im Prinzip, ja, also es ist, ich würde eher sagen, es ist das Fantasy-Pendant zu Grim Dark Future. Würde ich, das finde ich treffender. Von den Miniaturen her wäre es das Age of Sigmar-Pendant, aber vom Spiel her einfach nur das Fantasy-Pendant zu Grim Dark Future, weil es sich ja identisch spielt, nur mit ein bisschen mehr Fokus auf Nahkampf, weil das halt zu, zu einem Fantasy-Setting irgendwie immer besser passt. Und da bin ich ja dabei, mach ich ja bei der Slow-Grow-Kampagne der Tabletop-Freibeuter mit, nur leider hab ich's bisher immer noch nicht geschafft, weder eine einzige Mini fertig zu bemalen, noch mal ein Spiel zu spielen. Da kann man ja dann immer seine Ergebnisse einreichen und im Prinzip spielen wir um Tyria, das ist die Welt, in der Age of Fantasy stattfindet. Gut gegen Böse, ganz klassisch. Und ja, da hoffe ich, dass ich, also Peewee hat ja schon sich immerhin eine Fraktion ausgesucht und eine Hintergrundgeschichte erdacht. Also, vielleicht schaffen wir es ja zum nächsten Treffen da auch mal endlich mal ein Spiel stattfinden zu lassen. Nur, leider sind wir ja beide bei der Fraktion, der Fraktion der Guten beigetreten. Deswegen ist es dann schwierig, hinterher einzureichen, ob Gut oder Böse gewonnen hat, wenn Gut gegen Gut spielt. Das passt dann nicht so ganz. Aber mal schauen. Das wollte ich gerade sagen. Das Ding ist ja, ich hab ja meine Zwerge, hab ich ja dann auf 25x25 Bases gemacht, damit ich die auch nutzen kann für dann das Rank-and-File-System im Prinzip. Oder, Hauke, wenn wir mal sagen, komm, wir kriegen einen nostalgischen Moment, wir spielen 6. Edition Warhammer Fantasy, dann kann ich die dafür nehmen. Aber wenn ich die natürlich von diesem Multibase darunter nehme, dann hab ich die natürlich auch einzeln laufen und dann können die natürlich auch genauso mit in anderen Spielen wie Age of Fantasy dann natürlich mitspielen. Bin ich auf jeden Fall bei dir, aber da hatte Hauke auch schon was ganz Bezeichnendes auf der Hinfahrt nach Bramsche verlauten lassen, was mir sehr einleuchtend war. Und zwar, dass die Gefahr jetzt natürlich besteht, dadurch, dass wir jetzt diese wundervollen alternierenden Aktivierungen bei One-Page-Rules so genießen, wenn man dann jetzt nochmal ein anderes System spielt, wo es halt I-Go-You-Go ist, dass einen das auch ganz schnell abnerven könnte. Also, ob wir wirklich nochmal sechste Edition wirklich nochmal spielen, ja, könnte schon fast nicht mehr passieren. Also, ich bin gespannt. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, wenn Hauke mir nochmal irgendwie ein schönes Spiel Fantasy gibt, ich glaube, da musst du dich drauf einlassen. Ich glaube nicht, dass man sagt von wegen, okay, das ist jetzt scheiße oder irgendwie sowas, weil es war es damals ja auch nicht. Also, warum soll das heute scheiße sein, weißt du, weil du dich dann halt in einem ganz anderen Setting irgendwie so befindest, so Regelsetting meine ich damit jetzt. Ich glaube, du musst dich drauf einlassen. Ja, also, ich glaube, wenn man das jetzt mal ernsthaft in die Zukunft spinnt, da wird man nicht daran vorbeikommen, die Regeln der sechsten Edition zu nehmen und so weit zu überarbeiten, dass es halt mit abwechselnder Aktivierung ist. Ich sehe überhaupt gar keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Ich denke, das Spielsystem ist dafür sogar überaus geeignet. Aber das wäre, das wäre, glaube ich, der Königsweg. Denn ich, wie ich damals zu viel erzählte, ich glaube, das ist, da gibt's kein Zurück mehr. Das gilt dann auch für Raumflotte Gothic, leider. Das muss ich wohl einfach so hinnehmen. Aber das sollte dich heißen. Man kann's ja trotzdem nochmal spielen und gucken, ob es in Ordnung ist. Aber ich glaube, es gibt keinen Weg mehr zurück. Du meinst, dass es jetzt quasi der neue Weg ist, den solche Tabletop-Spiele gehen müssen? Das ist einfach, es ist einfach eine Technik oder eine Spielmechanik, die nicht dem Spiel dient, sondern dem Spieler. Dadurch, dass du die ganze Zeit involviert bist in das Spiel, geht es sehr leicht von der Hand. Du musst dich in nichts Neues hereindenken. Du gehst auch nicht 43 Minuten lang weg, erst mal Pizza essen oder Schal häkeln, während dein Gegner die Figuren bezieht. Das ist echt, ich habe schon fünfmal von uns jedem hier gesagt, aber diese Art der Mechanik, dass du die ganze Zeit spielst, das ist so gut, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand was anderes nochmal spielen will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es nochmal ertrage, 45 Minuten lang zuzugucken, wie jemand da seine Figuren durch die Gegend zieht, würfelt und ich Figuren entferne. Jerome, der deutsche Vizemeister von OPR, sagte, Fantasybette hat für ihn früher so ausgesehen. Er ist aus Schleswig-Holstein nach Hamburg gefahren, eineinhalb Stunden, dann hat er eine halbe Stunde lang aufgebaut, dann hat er gewürfelt, wenn er den ersten Turn hat und da verloren. Und dann hat er irgendwie eineinhalb Stunden gewartet, bis der erste Turn fertig war seines Gegners und währenddessen hat er halt nur Figuren entfernt und dann war es eigentlich schon vorbei und er ist wieder eineinhalb Stunden nach Hause gefahren. Und da ist vielleicht was Wahres dran. Natürlich überspitzt gesagt, ne? Aber ich glaube, ich glaube, dass wir, das ist, das ist genauso, als wenn du, wenn du Fantasybette, sechste Edition, ein wirklich altehrwürdiges Spiel, das ganz vielen Menschen sehr viel Spaß gemacht hat, war großartig für seine Zeit, aber es ist im Vergleich zu heute halt ein Ford Model T und es ist einfach eine alte Technik und ich glaube, das hat sich wirklich überlebt. Krass, ne? Also als man das damals gespielt hat, hätte man sich das gar nicht anders irgendwie vorstellen können, ne? Also ich bin nirgendswo mal irgendwo hingefahren und hätte mir gedacht, boah, wäre das jetzt toll, wenn wir jetzt eine alternierende Alternativierung hätten oder irgendwie solche Geschichten. Man hat das einfach gespielt und das war einfach so, ne? Man hat sich damit mit dem ganzen Regelsystem irgendwie gar nicht so groß auseinandergesetzt, wie man es dann halt anpassen könnte. Also ich für mich zumindest. Ich weiß da draußen durch Hausregeln und so haben das natürlich Leute gemacht, ne? Aber für mich stand das nie zur Debatte. Mittlerweile schon. Ich konnte, ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Aber das lag halt daran, dass man schlicht und ergreifend nicht über den Teller angeguckt hat. Man war halt so in der Games Workshop-Blase gefangen, dass es einfach zehn Jahre gebraucht hat und unglaublich viel Ärger und die Zerstörung der alten Welt, dass man halt gesagt hat, okay, jetzt reicht's, ich guck mir mal was anderes an halt. Ja. Tja, auch andere, andere Leute haben schöne Töchter. Auf jeden Fall, ne? Natürlich kann man auch den Leuten das nachsehen, wenn die sagen, ey, ich hab da Spaß dran an meinen GW-Spielen, ich spiel sie gerne und mir ist es egal, ob ich jetzt 45 Minuten lang zugucke, wie mein Gegner auf mich schießt und ich da irgendwelche Püppis wegnehme oder irgendwie so. Natürlich spielt das, worauf ihr Freude habt. Das ist ja auch kein Problem. Aber ich finde, wenn man einmal den Rand des Tellers überwunden hat und geguckt hat, was auf der anderen Seite des Tellers, der da nah dran steht, es zu essen gibt, ich denke mal, dann findet man plötzlich einen neuen Geschmack. Zumindest, zumindest bei Casual Gamern. Wenn man sich überlegt, dass ein guter Turnierspieler bei 40k in zwei Stunden sechs Turns spielt und seinen Mitspieler halt auch. Das sind Jungs, die kennen die Armeeliste, aber runterbeten und wenn du die nachts um fünf wächst, dann können die dir sämtliche Regelfragen beantworten. Die spielen halt so viel, dass sie wirklich in der Materie drin sind. Das mag sein, wenn die miteinander spielen, dass du deinen gesamten Turn machst mit Schießen, Würfeln, Blatt, Ziehen und so weiter und so fort und dass es insgesamt 20 Minuten sind. Das mag sein. Und in diesen 20 Minuten ist der Gegenspieler oder Mitspieler dann ja auch involviert, weil er natürlich auch die ganze Zeit Rüstungswürfe und so weiter macht. Und das zusammengedampft auf 15 Minuten ist sicherlich eine vernünftige Art des Spielens. Aber mit Leuten, die nicht in der Materie drin sind. Mal ernsthaft, wenn ich mir das mal überlege, da baut dein Gegner auf, du baust auch auf. So, dann fängt der an und sagt, okay, das ist mein erster Turn, meine Orks gehen jetzt mal sechs. Warte, wie weit durften die eigentlich gehen, wenn die laufen? Ich gucke mal kurz nach. Ey, der hat da noch nicht eine Einheit gezogen und dann wird schon das Regelbuch gelesen halt. Damit wirst du nie fertig. Echt, das macht keinen Spaß. Echt, wirklich. Und das geht bei OPR halt völlig ab. Das ist super Anfang. Ja, das ist, ja. Aber wie gesagt, hört nochmal dann jetzt, wenn der Hobbyisten-Podcast rauskommt, unsere Wünsche, die wir da so haben. Da steckt einiges, einiges drin, was sehr, sehr interessant ist. Auch was die, was die anderen Jungs da so erzählt haben. Es wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Folge. Also von daher kann ich das nur empfehlen. Schaut dann da einfach mal rein. Das wird, das wird gut. Das wird gut. Ja. Hocko, was hast du denn noch so zu erzählen? Ja. Ja, ich nehme mal hier den von dir aufgeworfenen Ball an. Projekt Neue Miniaturen, ne? Ja. Pibi, du bist jetzt ja hier eidbrüchig geworden. Ja. Oathbreaker, Alter. Leider. Aber immerhin hast du dir hübsche Miniatur gekauft. Das ist auch was Gutes halt. Wett verraten, dann mit dem Richtigen halt. So. Ich habe das zwar nicht geschworen, dass ich keine neuen Figuren kaufen wollte, aber das ist ja eher so mein Grundkonsens die ganze Zeit. Ich kaufe so wenig Figuren, wie du willst. Aber es hat auch so mittel geklappt. Also es hat zwar schon geklappt, keine neuen Figuren zu kaufen, das ändert aber nichts daran, dass ich super viele neue Miniaturen habe. Und zwar, ich habe bei der Verlosung des Tablepodcasters habe ich tatsächlich mit drei Losen, drei Losen gewonnen. Und ich habe irre, also ich, ganze Bude voll mit neuen Sachen halt. andersrum, ich fange mal von vorne an. Und zwar, der Tablepodcast hat gesagt, Leute, wir brauchen mal ein bisschen Feedback, schreibt uns doch mal oder macht uns eine Audio-Botschaft, schickt uns mal was, was Schönes, womit wir was anfangen können, aus dem wir halt was saugen können. Und dann habe ich den Jungs eine Sprachmitteilung geschickt, habe allerdings darum gebeten, die nicht zu veröffentlichen, weil ich das ein bisschen skurril finde, wenn ein Podcaster einem anderen Podcaster sagt, was er besser machen kann. Und das sollte halt sozusagen dann zwischen uns auf technischer Ebene bleiben. Waren die auch mit einverstanden? Und ich sagte halt Fabias hier außerhalb des Wettbewerbses. Und Fabi sagte, nee, auf gar keinen Fall, du nimmst trotzdem mit drei Losen teil. Ich habe mit drei Losen teilgenommen und dann habe ich, also ich habe mir das ja auch auf YouTube live angeguckt, als er die Verlosung da gemacht hat und die Lose gezogen hat. Ich glaube aus dem Bierkrug. Ich habe mein ganzes Leben noch nie was gewonnen. Aber dann habe ich tatsächlich mit all drei Losen gewonnen. Und zwar, ich habe gewonnen einmal von The Drowned Earth zwei Miniaturen. Zum einen Arabelle. Das ist, glaube ich, ein bewaffneter Affe. Das ist ja auch ganz geil. Und das andere ist Liliana. Okay. Aber da muss ich jetzt sagen, also das ist, das ist wirklich ein Setting, da bin ich jetzt weit fern von ab. Und habe ich auch schon gesagt, diese Sachen, diesen Gewinn werde ich weiter verschenken an Leute, die damit wirklich was anfangen können. Damit die Figuren auch wirklich gespielt werden. Aber trotzdem herzlichen Dank. Und das andere, das war einmal 25 Euro Gutschein für Freebooters Fade und ein 100 Euro Gutschein für Freebooters Fade. Das ist so geil. Und unglaublich. Und ich hatte nichts von Freebooters Fade. Aber jetzt habe ich eigentlich alles, was ich brauche, muss nie wieder was besorgen. Fabi hat das aber auch schlau gemacht. Der hat mir jetzt nicht einfach sinnlos irgendwas zugeschickt, sondern der hat mir einmal die Grundbox der Piraten zugeschickt. Die gehen immer. Piraten gehen immer. Die gehen immer. Und es wäre auch ehrlich gesagt die Fraktion gewesen, die ich mir ohnehin angeschafft hätte nach unserem damaligen Oktopus-Spiel. Fand ich cool. Das war geil, ne? Die Piraten war super. Dann habe ich noch eine Box mit Schleichern von den Schatten. Oh, die sind schön, ja. Liles von den Söldnern. Senior Flauschkätzchen von den Goblins. Ist auch gut. Und Captain Leon von der Imperialen Armada. Und dazu noch die Spielkarten, das Grundregelwerk und noch eine Packung mit Musketen. Das ist krass. Bist du gesellt, ne? Auf jeden Fall. Ich brauche noch zwei Piratenfiguren und dann kann ich loslegen. Nein, du kannst auch schon mit der Grundbox jetzt schon loslegen. Das ist ja das Abgefahrene. Du musst ja keine 300 Dublonen-Mannschaften gleich aufstellen oder irgendwie sowas. Weiß ich, wie viele sind da drin? Hast du mal geguckt? 220? 225 Dublonen? Ich habe es noch nicht geguckt. Aber es sind vier Figuren. Mit denen kannst du schon zocken. Das ist ja das Geile. Das ist ja ungefähr dieselbe Größe, wie wir damals dann das hier Klatsch den Oktopus da gemacht haben. Ja. Deswegen. Also bastel mal zusammen oder so und dann können wir schon mal anfangen zu zocken. Und die Karten hast du auch von den Piraten? Die eigene Karten? Oder meinst du jetzt einfach so das Schicksalsdeck quasi? Mit den Spielkarten drin? Das ist das Schicksalsdeck. Spielkarten, Gamecarts. Okay, alles klar. FB 25. Okay, dann sind das die ganz normalen Spielkarten, die du brauchst. Und Regelbuch dabei? Ja, da bist du fertig. Und die Karten für die Piraten müssen doch in der Box mit da drin sein, oder? Die sind da mit drin zu den Minis, aber ich habe jetzt gerade gedacht, das klang gerade so, als ob du auch noch die kompletten Karten der Piraten bekommen hast. Nee, nee, nee. Das klang gerade so. Okay. Nein, mega geil. Alter, das ist super geil. Ja, ich habe mich auch mega gefreut. Und das Schöne ist ja, das ist ja auch ein Projekt, das kannst du mal schnell anmalen. Das tut nicht weh. Nein, überhaupt nicht. Ja, also vier Minis auf jeden Fall. Da bin ich ja schon fast verführt. Aber Pivi meinte ja, dass er genug hätte, dass wir auch mal zu dritt spielen können. Oh, ja, 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 natürlich. Also von daher, also Grundboxen habe ich hier gut. Von daher, da brauchst du jetzt nicht irgendwie was kaufen. Es sei denn, das habe ich dir damals ja auch schon gesagt, du willst das unbedingt anschaffen, damit du dir selber so eine Mannschaft einfach mal zusammenfreckeln kannst. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Bevor du jetzt eine... Hast du da schon mal so... Ja. Pivi, hast du da schon mal so rübergeskimmt, was es alles so gibt und was so grundsätzlich vielleicht überhaupt gekocht ist? Ja, ja, also ich habe schon mal auf der Freebooters Webseite schon mal ein bisschen reingeschaut so, aber so richtig eine Entscheidung treffen konnte ich da noch nicht. Also... Aber ich habe also... Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr, was es da so genau alles gab. Da werde ich noch mal einen tieferen Blick reinwerfen. Also ich habe... Ich kann mich noch erinnern, dass sie es aufgeteilt hatten in Anfänger, Fortgeschrittene und Profi. So vom Schwierigkeitsgrad der Banden her. Also... Aber was ich da genau nehmen werde? Irgendwas, was ihr noch nicht habt im Zweifel. Also ich glaube, ich glaube, rein charakterlich, glaube ich, würden die Debon ganz gut zu dir passen. Das sind ja so Leitbild französische Revolution, Leute, die jederzeit immer gegen alles sind, Komitees bilden und Revoluzzer halt sind. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, dann muss ich mir die wohl mal anschauen. Weil Christopher hat sich dann ja auf der Taktika natürlich nicht durch Daniel und mich influenzt, die Amazon geholt. Das ist auch geil. Das ist auch eine geile Bande. Zumal haben die ja so eine Regel, die können ja dann wirklich von Wald zu Wald springen. Also so ähnlich wie die Bruderschaft zum Beispiel. Die können ja in die Schatten rein und kommen plötzlich auf einer ganz anderen Stelle wieder raus und so. Das ist super geil. Ja, Hauker, da hast du richtig abgesahnt. Alter Falter, ey. Ja, echt. Wirklich noch nie was gewonnen im Leben. Aber jetzt auf einmal auf alles. Das war cool. Ja, zumal Du brauchst jetzt eigentlich nichts mehr, ne? Also du kannst natürlich jetzt noch deine Piraten ausbauen, so wie du möchtest, ne? Ob du Fernkampf, Nahkampf, keine Ahnung, was machen willst oder so. Aber im Grunde genommen ist das so geil, dass du einfach sagen kannst, so, ja, ich bin fertig. Wir können loslegen. Ich hab mir die Minis noch angeguckt und welche Figur ich auf jeden Fall noch haben möchte, ist Spitfire einfach, weil ich die Figur geil finde. Und diese Rothalige mit der Läschen, Läschen, der Frisur und der, ich glaub, sechsläufigen Knarre. Die, die find ich cool und da würd ich dazu noch irgendwelche, irgendwelche Gefolgsleute noch dazu nehmen. So, war's halt, ne? Oder bin ich auch glücklich, halt. Ich glaub, alles Weitere ergibt sich dann von selbst. Auf jeden Fall. Hast du denn schon mal ins Buch reingeguckt? Ich bin dazu noch gar nicht gekommen. Ich hab da einmal so durchgeblättert und hab einmal so eine Packung mal aufgemacht, um mal zu gucken, was da eigentlich so drin ist und alles großartig. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, die Qualität der Metallfiguren ist ja echt verdammt geil, ne? Das ist wirklich, wirklich gute Qualität. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist die Art und Weise des Bases. Also mit diesem, mit diesem designten Base. Für ein, für ein Armeesystem, also wo man eine ganze Armee aufbauen würde, würde ich das zu stressig finden. Aber für so ein System, wo du wirklich eine überschaubare Anzahl Figuren hast, ist das sehr hübsch. Auch mit diesen lippigen Bases und so. Das ist cool. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich meine, du kannst es ja noch selber gestalten, wie du möchtest, aber ich habe das bei meinen Freebooters Mini auch so gelassen. Ich habe das einfach so gemacht, wie es da drin war und fertig. Dann wird das Base bemalt und dann hat sich die Geschichte. Das ist auch ein bisschen so ein Stil, der dann sich durchzieht, ne? Ich hatte ja in der letzten Cantina schon so ein bisschen darüber erzählt, dass ich jetzt meine Farbrange umgestellt habe auf Monument Hobbys Farben, also hier pro Acryl und hatte damals, war ich noch so auf dem Trichter, ohne Nasspalette die Farben zu nutzen. Das hat sich jetzt mittlerweile alles wieder ein bisschen relativiert. Ich bin da von einem Community-Mitglied darauf angesprochen worden, von dem Jonas, dass ich das vielleicht doch mal ausprobieren sollte mit einer Nasspalette und ich habe mich dann grundsätzlich mit dem Thema Nasspalette beschäftigt und mal geschaut, wie ist das denn überhaupt, habe ich da vielleicht auch einfach zu viel Wasser drin gehabt und in letzter Konsequenz war es dann tatsächlich so, dass ich die Nasspalette einfach immer, also es war bei mir keine Nasspalette, sondern es war bei mir eher eine Swimmingpool Palette so ungefähr. Der Bademeister steht am Rand und sagt, nicht vom Beckenrad. Fehler. Ja, genau. Und habe dann einfach mal die Wassermenge in meiner Nasspalette drastisch reduziert und das hat mir jetzt auch dazu verholfen, ja, meine ersten Farbverläufe zu glazen. Ihr habt es ja gesehen am Freitag hier mit meinen Stormcast Eternals. Ich bin da noch, atze da noch ein bisschen an der Oberfläche, sage ich mal, aber ich habe jetzt immerhin schon mal das Prinzip verstanden und weiß, was ich tun muss. Ich bin einfach nur noch ein bisschen zu faul, wirklich zehn Schichten zu glazen oder so. Daran scheitert es bisher noch so ein bisschen, aber so bin ich jetzt schon da ganz gut reingekommen. Also man kann die Farben auch durchaus gut auf der Nasspalette benutzen und dann auch für Glazes und so weiter mal ein bisschen verdünnen und ja, so ab und zu mal ein bisschen Wasser da mit rein. Kann jetzt auch nicht unbedingt immer schaden, aber nach wie vor ist es wirklich so, man muss die Farben definitiv nicht so verdünnen, wie man es jetzt zum Beispiel von GW oder Army Painter Farben kennt. Das muss man definitiv nicht, aber es kann nicht schaden, die Farben auf einer Nasspalette zu verwenden. Also das hilft auch schon, was die Austrocknung der Farbe angeht und so weiter dann doch massiv und ja, das hat das Ganze nochmal für mich nochmal deutlich verbessert, den Umgang mit den Farben. Also muss ich ganz ehrlich sagen und dann habe ich mitbekommen, dass Piwi ja auch von seinen neuen Farben sehr begeistert ist. Erzähl doch mal, was hat sich da für dich irgendwie verändert in deinem Bemalprozess und was für Farben nutzt du da eigentlich? Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Opfer, was immer so Farben angeht. Also wenn ich ja eskaliere, dann bei Farben eigentlich immer komplett so nach dem Motto. Und ich kam damals mit den Army Painter Farben ziemlich gut klar, klar nur durch den Vortex Mischer, da funktionierte das und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht so von wegen, okay, neue Valejo Game Colors, die probierst du einfach mal aus und dann habe ich die jetzt bekommen und die sind genau für mich in der richtigen A-Konsistenz, klar, ich verdünne das alles noch, aber auch mit der Deckkraft, mit wie die Farben quasi aus diesen leicht weichen Flaschen rauszudrücken sind, wie die sich verarbeiten lassen, wie die sich auftragen lassen. Ich kann sie super verdünnen, ich kann Glazes draus machen, so wie ich es möchte, ich kann sie aber auch einfach mal so direkt aus der Tube quasi rausnehmen, wenn ich wirklich einen, 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 einen wirklichen fetten Punkt irgendwo haben möchte, wo ich dann weiß, dass die Farbe da, da ich bei einmaligem Kontakt quasi decken muss und ich bin ein riesiger Freund gerade geworden von diesen neuen Valejo Game Colors, ich kann es nicht anders sagen, das ist, die unterstützen meine Art des Malens, so wie ich es haben möchte, ohne dass ich da jetzt wie zum Beispiel bei Scale oder wie bei Army Painter da erstmal irgendwie drei Schichten drauf zu machen, damit ich erstmal so einen deckenden, ähm, Prozess da irgendwo dann starte, so. Also das, das war für mich ein totaler Game Changer momentan. Also sind die Farben auch schon in der Flasche stärker verdünnt als vorher? Stärker verdünnt will ich nicht sagen, aber, ähm, sobald ich da ein bisschen Medium mit dran mache und ich die so in diese, ich sag jetzt mal, milchige Konsistenz bekomme, so wie es immer so schön heißt, schaffe ich es mit denen halt einen wunderbaren Farbauftrag hinzukriegen und, ähm, ich mache mir keine großen Gedanken mehr da drüben, ähm, oh, ich muss jetzt unter einem Gelb, muss ich jetzt ein Braun machen, damit ich überhaupt das Gelb nachher deckend irgendwie drauf kriege oder so, ne? Also, bestes Beispiel jetzt gerade meine Elder, die ich hier habe, ich hab dann natürlich mit der Airbrush einen Türkis dann gesprüht und gemacht und getan und jetzt wollte ich den Helm in einem Orange machen und jetzt habe ich mir das Orange von Valerio genommen und habe dort einfach mal angefangen zu malen und ich habe natürlich die Farben erstmal sehr dünn aufgetragen, ähm, und das deckte dann, ich sag jetzt mal mit zwei Anstrichen, deckte das dann gleich. Natürlich hätte ich das noch weiter, ähm, weniger mit Medium verdünnen können, sodass es dann noch besser gedeckt hätte in einem Anstrich, aber dann kommt irgendwann so der Punkt, das kennt ihr vielleicht, wenn die Farbe zu dick ist, dann wird das irgendwann so, hm, wie soll ich sagen, so kreidig. Wisst ihr, was ich meine? Dass da so Flocken entstehen, so auf der Oberfläche. Und auf jeden Fall, das Problem habe ich auch häufiger schon gehabt. Genau, und, ähm, das hatte ich bei diesen Farben trotz einer, einer, einer leichten Verdünnung, hatte ich das dann einfach nicht mehr. Klar, wie gesagt, also pur aufgetragen, andere Geschichte, ne? Aber selbst da mit einer Verdünnung dabei habe ich es wirklich geschafft, äh, innerhalb einer kurzen Zeit eine Farbe, die mich sonst wirklich sehr geärgert hat, gerade so ein Orange zum Beispiel, einfach mal deckend aufzutragen. Und da war ich sehr, sehr begeistert von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja auch noch so ein paar Monumentfarben habe ich hier von Pro Acryl, ne? Also, ähm, ist ja nicht so, dass ich da nicht so drauf stehe, so nach dem Motto Phil. Ich habe hier zum Beispiel, ähm, so eine Art, warte mal, äh, ich hole es mal eben. Uiuiui. Hier ist es, äh, das ist das Bright Warm Grey zum Beispiel von, von, von Pro Acryl, ne? Das ist cool. Das nehme ich ganz gerne, um, um, um Farben irgendwie, äh, so ein bisschen aufzuhellen, aber nicht, nicht jetzt so krass aufzuhellen oder, ähm, die, 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 sagen wir mal, die Intensität so ein bisschen wegzunehmen. Ähm, das Weiß von Monument Hobbies ist der absolute Shit. Das ist, das ist wirklich mein, 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 mein Go-To-Weiß. Das ist, ähm, das, 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 das läuft nicht irgendwie so kreidig, das deckt vernünftig. Das ist für mich eines der besten, der besten Weiß, die ich so bis jetzt mit gemalt habe. Ganz ehrlich. Und ich... Old Titanium. Yes. Und ich freue mich nämlich auch schon drauf, ähm, wenn ich die Elder hier fertig habe, dann werde ich mich nämlich nochmal meinen, äh, Freebooters Fate Minis widmen und die werde ich dann, ähm, fröhlich, freudig hier mit den Wallachokfarben nochmal, äh, sagen wir, vielleicht sogar neu machen. Vielleicht entfärbe ich die sogar und starte den ganzen Prozess sogar nochmal von vorne. Hattest du dir nicht auch so diesen Bio-Stripper, äh, auf der Taktika gekauft oder wer war das gewesen? Ja. Irgendwann hat er sich doch diesen, diesen Bio-Stripper geholt. Genau, habe ich gefunden. Dieses geelartige Zeug. Genau, habe ich gefunden bei Battlefield Berlin, als wir da saßen und haben Kaffee getrunken. Und da habe ich es auch aus der Fähne gesehen, Bio-Strip 20, Paint Remover. Okay, irgendwie, weiß ich nicht, auf der, auf der einen Seite ist das irgendwie eine polnische Firma, auf der anderen Seite steht ein Union Jack drauf. Das ist sehr interessant. Ähm, das habe ich aber noch, noch nicht ausprobiert, das werde ich aber wirklich, ähm, mit meinen, mit meinen, ähm, Freebooters Minis machen, weil ich möchte die Schatten ganz gerne nochmal irgendwie neu malen und, ähm, von daher, das werde ich jetzt noch, ich habe es jetzt gerade mal geöffnet, ich rieche jetzt einfach mal dran. Wenn ich jetzt gleich nichts mehr sage, bin ich umgefallen, ne? Dann bist du... Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, berichte auf jeden Fall mal, ähm, wie das so gelaufen ist und, äh, falls du zufälligerweise noch eine Kunststofffigur hast, die du damit auch strippen willst, probiere das auch gerne mal aus, weil das ist ja immer so das Thema, äh, Metallminis strippen ist, glaube ich, immer gar nicht so problematisch, aber wenn es dann wirklich um Kunststofffiguren oder sogar Resinenfiguren geht, äh, ja, da, äh, kann es ja dann doch schon mal passieren, dass man hinterher nur noch so einen Klumpen aus der Masse holt. Also, ähm, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht, das riecht ein bisschen, ähm, wie, ähm, wie so Backaroma, wie so, wie so, wie so Bittermandel, Backaroma. Also nicht, also jetzt nicht ganz so schlecht. Also, das ist, aber nicht probierend. Das riecht sogar eigentlich ziemlich geil. Ähm, mal abwarten. Also, bei, bei Plastikminis, also wirklich Kunststoffminis, ne, so GW-Kunststoff, sage ich da immer ja mal ganz gerne dazu. Ganz ehrlich, da funktioniert Spiritus. Spiritus meiner Meinung nach mit am besten. Die Viecher da reinlegen, mit der Zahnbürste, das Ganze, äh, mehrere Tage überstehen die Viecher eigentlich problemlos. Aber wie du das gerade sagtest, ich werde das mit diesem Zeugs, werde ich das probieren. Ich habe hier nämlich noch, ähm, vom, äh, vom lieben Alex, der hatte mir noch so ein paar Elder-Sachen vermacht. Und da waren drei Kunststoff, ähm, Guardians drin. So, so wie, wie, wie Space Marine hier mit diesem, mit diesem Snap-On, diesen, diesen Space Marine-Fit und mit diesem Steg dran, wisst du? Die du in diese Schlitz-Spaces mit reinpackst. Ich weiß gar nicht, Hauke, gab's damals mal bei einer Grundbox, gab's da Elder mit bei, die so gemacht wurden? Ich meine, dass es auch so eine Vierer-Packung Guardians gab. Ja, das... Oder eine Dreier-Packung. Gab's ja auch für die Cadians, für Chaos-Kriege, eigentlich für alles. Seltsam, weil ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, kann man die aufblasen? Ist auch jetzt egal. Aber die werde ich jetzt probieren, ähm, die da mal in diesem Bio-Strip einfach mal mit reinzulegen. Ich werde den jetzt nicht in diesen dicken Eimer hier reinpacken, aber, ähm, ich werde mir wahrscheinlich, ähm, so ein bisschen was in so ein Medikamentenbecherchen abfüllen und werde die da einfach mal dann kopfüber reinstellen und dann mal gucken, was passiert. Jetzt hattet ihr ja schon berichtet, dass ihr, äh, zu Gast bei den Hobbyisten wart. Ähm, ich war natürlich auch ein bisschen umtriebig, äh, und wurde auch, äh, bei einem anderen Podcast eingeladen. Ähm, und zwar war ich beim Imperator nichts Neues zu Gast in der zweiten Folge über die Raven Guard. Ui. Das war, war auch ein sehr, sehr, sehr schöner Abend, wo wir da quasi die Aufnahme gemacht haben zu dem Thema, äh, ja, äh, warum ich da zu Gast war und wie das alles zustande gekommen ist, erzähle ich alles, äh, oder wird alles in der Folge erzählt. Also, ich kann da schon mal ein bisschen teasern. Ich habe quasi mich bei der ersten Folge beschwert, äh, bei der ersten Raven Guard-Folge beschwert, dass ein bestimmtes Detail, was ich als wichtig erachtet hatte, äh, nicht mit erwähnt worden ist. Und daraufhin hat Andy mir dann gesagt, joa, wenn das so ist, dann komm doch einfach mal bei der zweiten Folge dazu und erzähl doch mal, was, was dir da gefehlt hat. Und so ist es dann auch gekommen. Also, war eine total lustige Aufnahme. Und, ähm, ja, das ist also, ich sag mal so, ähm, das ist, manchmal hat es schon so ein bisschen was von, ähm, von, ähm, von, ich würde jetzt nicht sagen Kabarett-Podcast, aber es ist halt, ähm, einfach immer eine Freude und ein Fest, den Jungs zuzuhören. Und es ist der einzige Podcast, bei dem ich wirklich, ähm, mich manchmal nicht, vor Lachen nicht zusammenreißen kann, sag ich mal so. Das konnte man dir anhören, dass du wirklich Spaß gehabt hast mit den Jungs, ne? Also, das, äh, das war wirklich nett. Die sind auch schweinenett, die Boys. Also, liebe Grüße an der Stelle, ey. Auch wenn wir auf der Taktika nicht viel gesprochen haben oder so. Ja, grüße gehen raus auf jeden Fall. Aber, ähm, es war schon, war schon sehr, sehr geil. Das bleibt nicht aus. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, Phil, was hast du noch erlebt? Du warst bei Dice Dennis zu Gast. Genau, das hatten wir ja schon angerissen, dass ich da, äh, quasi im Livestream mit ihm über die Taktika gequatscht hatte. Ähm, ja. Das muss dann auch reichen. Ja, zum Thema Glazen nochmal. Ähm, da hab ich neulich ein Video auf YouTube gesehen. Ich muss das nochmal raussuchen und euch mal rüberschicken. Da hat einer das in der Theorie supergut erklärt und dann auch nochmal auf der Nasspalette gezeigt, wie er das macht, ähm, quasi so ein smoothes Finish hinzukriegen bei seinen, bei seinen Farben. Ähm, weil ihn da wohl immer viele Leute gefragt haben, wie kriegst du das so hin, dass deine Farben so smooth sind und dein Finish so, so, ähm, ja, so glatt aussieht und so. Und dann hat er das einmal so an einem Beispiel erklärt, und zwar die Geschwindigkeit der Farbe. Das fand ich so ganz bezeichnend. Ähm, wenn du die Farbe direkt aus dem Pott nimmst, um jetzt mal beim Beispiel Citadel zu bleiben, dann hast du halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Blob Farbe, der sich im Prinzip nach dem Auftrag gar nicht bewegt. Wenn du die Farbe richtig stark verdünnst, dann hast du quasi, ähm, einfach so eine Flüssigkeit, die dir quasi, äh, quasi unter den Händen zerrinnt. Und genau dazwischen muss man quasi seine Farbe hinbekommen mit der Verdünnung, um, ähm, um eine gut deckende, Farbschicht hinzubekommen und trotzdem, ähm, keine, äh, keine Brushstrokes oder sowas, also hier Pinselstriche sehen zu können. Und, ja, das war irgendwie ganz spannend. Das muss ich euch nochmal rüber schicken. Ich hab auch noch einen Punkt, und zwar totaler Teamwechsel. Wir haben ja bisher die ganze Zeit über Tabletop gesprochen. Ich bin mal wieder in den Brettspielbereich abgedriftet. Ich gehe ja schon die ganze Zeit schwanger mit dem Gedanken, mir mal ein sogenanntes Konflikt, Konfliktsimulation zuzulegen. Äh, fand ich immer schon faszinierend. Ich hab auch mal einige gespielt. Die hielt Panzerblitz, aber das ist ewig her. Und wenn wir ehrlich sind, dann meinen wir mit Tabletop ja eigentlich gar nicht Tabletop, sondern eigentlich Tabletop Wargaming, ne? und der Begriff Konfliktsimulation ist eigentlich nur ein Euphemismus, weil man in Deutschland mit dem Begriff Kriegsspiel irgendwie schlecht am Markt teilnehmen kann. Dann hat man halt statt dem Kriegsspiel halt Konfliktsimulation das Ding genannt. Und ich hab mal geguckt, was es so gibt. Und ohne jetzt hier irgendwie Werbung für irgendwelche Jobs oder so weiter zu machen, einfach mal, damit der geneigte Hörer, der sich dafür auch interessiert, einfach vielleicht mal einen Zugang dazu findet, weil das hätte ich mir eigentlich auch gewünscht. Ich hab mir das jetzt alles hier selbst erarbeitet, was eigentlich gar nicht so schwer war, aber trotzdem irgendwie möchte ich das gerne an die Hörer mal weitergeben. Und zwar, wenn man sich für solche Art von Spielen interessiert, dann hab ich zwei sehr gute Läden dafür gefunden. Das eine ist Udo Grebe Game Design. Findet man unter UGG2 Second im Netz, aber das kann jeder auch selbst googeln. Dann halt Udo Grebe Game Design und das andere ist Gamers HQ in Berlin. Und beide Läden verkaufen halt sehr viele dieser Konfliktsimulationen oder Kriegsspiele. Ich nenne das jetzt einfach Kriegsspiel. Das so heißt das Kind einfach und das ist keine Konfliktsimulation. Das ist, das täuscht darüber hinweg, worum es geht. Lange Rede, kurze Sinn. Das sind halt Brettspiele, die Konflikte halt zum Gegenstand haben, Krieg zum Gegenstand. Und mich persönlich interessiert eigentlich so dieses alternative Setting aus den 80er Jahren, alternative Geschichte, NATO gegen Warschauer Pakt, der dritte Weltkrieg sozusagen. Alles geht unter, wie geht es denn eigentlich genau ab? Und dazu gibt es mehrere coole Spiele, die ich gefunden habe. Zum Beispiel NATO, The Next War in Europe oder Blue Water Navy. Also das eine ist halt vornehmlich halt ein Landkrieg in Deutschland. Das nächste, Blue Water Navy, betrifft halt den Seekrieg in Europa. Und dann gibt es sogar noch ein weiteres Spiel, Red Storm, Red Storm, The Air War over Central Germany 1987. Das ist halt eine Luftkriegssimulation und da gibt es auch eine Ergänzung dafür. Da muss ich total grinsen und lachen, weil die muss ich mir kaufen. Das ist dann Red Storm Baltic Approaches, Expansion. Also wer schon mal mit seinen Marineflieger-Tornados loslegen wollte, um die Ostsee zu verteidigen, kann das in Eggebeck und Jagel machen. Das ist halt genau auf dieses Szenario abgestimmt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Spiele richten sich meistens immer an zwei Spieler. Man kann sie aber auch alleine spielen mit entsprechenden Regelergänzungen. Aber das war für mich als Einsteiger alles zu aufregend. Darum habe ich mir ein Spiel rausgesucht, dass man tatsächlich alleine spielen kann. Und zwar, dass einfach so gestaltet ist. Und dieses Spiel heißt Spruance Leader. The Cold War Fleet Combat Solitaire Strategy Game. Das ist ein Spieler, das ist wirklich für einen alleine. Das ist halt Player vs. Engine, wie ein Computerspiel, nur ohne Computer mit Karten halt. Und total cool. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist so, damit man eine ungefähre Vorstellung hat, was man da eigentlich macht. Man hat eine große Karte, sieht so aus wie bei der Verteidigung von Hood. der Torrin Farr, die die Ionkontrolle hat. Für die Ionkontrolle. Die sitzt an so einem durchsichtigen Plexiglas-Wanddings mit so komischen Strichen dran. Ja, stimmt. Und genauso muss man sich die Karte vorstellen. Und in der Mitte hat man halt seine Überwasserkampfgruppe. Das sind so ein paar Kriegsschiffe der NATO. Und die gurken dann durch die Gegend. Und auf dieser Übersichtskarte werden dann sozusagen nach einem Kartendeck, man zieht Ereigniskarten und dann steht da drin, keine Ahnung, Backfire-Angriff oder gegnerisches U-Boot oder so. Dann wird das halt auf dieser Karte platziert und dann passiert halt irgendwas. Man muss würfeln, man muss den Konvoi verteidigen oder die Kirov versenken oder einen gegnerischen Konvoi aufbringen oder den Feiglern-Krieg nach spielen. Alles total abgefahren. Und damit beschäftige ich mich gerade. Nicht zuletzt deshalb, weil ich ja keine Figuren kaufen wollte. Das heißt, die Kohle musste trotzdem raus. Habe ich das Brettspiel gekauft. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, als du zuerst gesagt hattest, hier so Konfliktsimulationen und so, ich musste ja erst mal echt an Risiko jetzt denken. Ich dachte, es ist jetzt echt so Risiko-like, wovon du jetzt sprichst. Aber es scheint ja dann doch ganz andere Spielmechaniken dann zu beinhalten, wenn man von dieser Art Spielen dann spricht halt. Genau. Und die Spruenz Leader, Spruenz ist die Kategorie oder eine Schriftklasse, eine US-Zerstörer, die Spruenz-Klasse. Spruenz Leader reiht sich in eine Spielreihe ein, die ja alle Leader heißen. Da gibt es auch B-17 Leader, Hornet Leader, ich glaube auch Sherman Leader. Und das sind alle Spiele, die man alleine spielen kann. Und das finde ich halt sehr cool. Gerade wenn es nicht so einfach ist, einen Mitspieler zu finden für diese Art von Spiel. Aber ich musste das einfach mal tun. Seit ich ganz vor 25, 30 Jahren habe ich mal das Spiel The Hunt for Red October gesehen. Und das ist bei mir so hängen geblieben, dass ich sowas in der Art mal gerne spielen wollte. Aber The Hunt for Red October ist halt auch ein Spiel, das du halt nur schlecht alleine spielen kannst. Hab gedacht, dann schlage ich mal zu. Und wer da auch Bock drauf hat, mag ja vielleicht der eine oder andere sein, ist eingeladen, das einfach mal zu googeln. Und ich werde über meine Fortschnitte halt berichten. Es gibt dazu noch drei Erweiterungen. Eine U-Boot-Kampferweiterung, die kann man in seine Überwasserkampfgruppe U-Boote mit integrieren. Dann gibt es noch eine Alliierten-Erweiterung. Also Spruance Leader ist vorrangig US Navy. Mit der Alliierten-Erweiterung kann man dann Schiffe der Niederlande, Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien und so noch mit da hinzuziehen. Und dann gibt es auch die Carrier-Erweiterung. Das ist genau das, wonach es sich auch anhört. Dann kann man halt seiner Überwasserkampfgruppe halt noch einen Flugzeugträger hinzufügen. Und mal gucken, was geschieht. Aber wie gesagt, ich werde darüber berichten. und ich freue mich darauf, das dann zu spielen. Wobei ich sagen muss, selbst für mich, der mit den ganzen Schiffsklassen vertraut ist und auch die Waffensysteme kennt, ist es durchaus eine Herausforderung, das Regelwerk erstmal zu verinnerlichen. Es ist nicht überaus schwer, aber es erfordert ein gewisses Maß Fleiß und damit halt auch ein gewisses Maß Ruhe und Begeisterung bei der Herangehensweise. Es ist sicherlich nicht was für jedermann, aber das erklärt sich ja, glaube ich, auch von selbst. Drei Punkt, circa 100 Euro. Okay. Dann müssten wir vielleicht mal auch zusammen Undaunted spielen. Das habe ich ja auch noch hier. Du legst ja so kleine Teils dann hin und spielst quasi auf Squad-Ebene. Die Alliierten gegen die Achsenmächte quasi so in Richtung Normandie. Das ist auch sehr, sehr cool. Undaunted? Undaunted, ja. Ja, ich gebe es mal gerade ein, um es mir anzugucken. Da gibt es mittlerweile auch, glaube ich, verschiedene Erweiterungen für oder so. Das fand ich schon sehr cool gemacht. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist sicherlich auch ein Spiel, das ich auch mal gerne spielen würde. Ja, können wir mal machen. Ich glaube, das dauert gar nicht so lange. Ich glaube, eine Stunde oder irgendwie sowas, dann bist du, glaube ich, damit durch. Das ist gar nicht so. Ja, muss ich sehen, dass das auch von Osprey ist, ne? Ja. Ja, deswegen können wir da auf jeden Fall mal gucken. Ja, das war ja wieder ein Rundumschlag von Sachen, die wir in den letzten Wochen quasi erlebt haben. Also vielen Dank für eure Beiträge, ihr beiden. Und wir hoffen einfach, dass ihr da draußen quasi genauso viel Spaß hattet dabei, das sich anzuhören, was wir alles so gemacht haben. Und wir sind gespannt darauf, was ihr so in den letzten vier Wochen vielleicht Hobby-mäßiges gemacht habt, was euch persönlich irgendwo ins Gedächtnis gebrannt ist. Schickt uns dazu einfach mal so eine kurze Nachricht an podcast.diceonauts.com. Dann würden wir ganz gerne das mal vielleicht dann hier im nächsten Podcast einfach mal mit aufnehmen, was denn so vielleicht bei euch passiert ist. Irgendwas ganz, ganz Wildes. Also von daher schickt das mal ruhig rüber. Dann hätten wir noch über Tabletop-Turniere, sprich T3, hätten wir noch drei Sachen, die wir euch ganz gerne mitgeben würden. Und zum einen findet am 25.03.23 jetzt, das ist quasi nächstes Wochenende, wenn ihr jetzt diese Folge hört, dieses Wochenende. Im Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink, im Haus Wörmannsweg in Osnabrück, findet das 10. Age of Osna Jubiläumsturnier statt. Und die spielen Warhammer Age of Sigma mit 2000 Punkten, insgesamt drei Spiele für das Turnier. Und all inclusive, Essen, Getränke, Punkt, Punkt, Punkt. Und das finde ich doch schon ziemlich, ziemlich cool. Also wer sich da noch nicht irgendwie dementsprechend angemeldet hat und Bock auf Age of Sigma hat, der darf sich da schon mal anmelden. Dann haben wir vom lieben Mirko von Osnabrück, haben wir eine Info bekommen, dass das erste Osnabrück-Mittler-Turnier stattfinden wird. Das Ganze am 8.04. Auch wieder in Osnabrück im Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink. Und das ist in der Kooperation mit der Spielvereinigung Osnabrück entstanden. Die Verpflegung ist inklusive in der Startgebühr enthalten. Und weitere Infos bekommt ihr über den Link in den Shownotes. Dann schauen wir einmal rüber in die Region Hannover. Da ist nämlich auch noch so ein bisschen was los. Da findet am 22.04., also Ende April, findet gegen 15 Euro Startgebühr vom 3TH in der Fahrenwalder Straße in Hannover, findet der Adeptus-Stammtisch statt mit einem Kill-Team-Turnier. Von daher, da könnt ihr auch mal gerne reingucken, wenn ihr euch da noch nicht irgendwie angemeldet habt oder so. Alle Informationen findet ihr unten drunter in den Shownotes. Okay, Phil, Hauke, ich würde sagen, wir haben jetzt über zwei Stunden über unseren Hobby-Kram generdet. Ich denke mal, jetzt reicht's auch. Und ich würde sagen, vielen Dank. Und ihr da draußen macht euch eine schöne Woche. Wir machen das auch. Und wir werden noch so ein paar Sachen für One-Page-Rules machen. Was auch anderes. Bis dahin, ne? Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.